Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 553. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Basti. Gude und Grüße. Die Frau Patricia. Hello. Und irgendwo im Technikwahnsinn hängt auch noch der Marvin, der hat jetzt irgendwie hier schon den Computer zweimal neu gestartet, der würde theoretisch auch gleich noch dazukommen. Schauen wir mal, ob der Technikgott ihm gnädig ist und dann ist er auch noch hier mit von der Partie. Ja, wie ihr ja sicherlich festgestellt habt, ist die Saison rum. Und dann müssen wir natürlich auch so ganz klassisch einen Saisonrückblick machen und wir haben es in der Vorbesprechung gerade eben schon kurz diskutiert, so klassischer Saisonrückblick ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen langweilig. Man versucht ja auch irgendwie Dinge zu machen und ich habe gedacht, ich klaue jetzt einfach mal so bei anderen und habe gedacht, wir machen eine Art Ranking. Basti ist da ja quasi Fachmann drin durch 390 und zwar in verschiedenen Kategorien, die ich mir vorher überlegt habe. Wir machen ja nicht den vollen 390-Modus und diskutieren jetzt erstmal die nächsten zweieinhalb Stunden darüber, welche Kategorien es gibt, wie wir bewerten und ob wir mit Kicker oder Tippkick hier anfangen für die Reihenfolge. Ich habe mir Kategorien überlegt, wir machen ganz klassisch auf einer Skala von 0 bis 100 und wenn hier der eine oder andere wegfällt, dann teilen wir die Punktzahl durch die, die noch da sind, um es ja einfach zu machen. Wollt ihr die Kategorien jetzt irgendwie hier in Gänze wissen oder gehen wir so Kategorie für Kategorie durch und dann lasst ihr euch überraschen, das dürft ihr jetzt entscheiden. Bisschen Überraschung. Bisschen Überraschung. Patricia, für dich auch, Fein? Ja, ich bin sowieso gespannt, weil ich, das wissen ja einige hier nicht oder alle nicht, außer ihr, ich bin ja spontan dazugekommen, ich wusste bis eben noch nicht, dass ich an dieser Sendung teilnehmen kann, habe es dann noch heim geschafft und deswegen habe ich mich genau null darauf vorbereitet und ich habe auch ehrlich gesagt die Saison noch nicht so richtig Revue passieren lassen, deswegen muss ich das jetzt hier live in diesem Podcast machen und bin gespannt, an wie viel ich mich erinnere, weil mein Hirn ist so ein bisschen siebmäßig unterwegs. Gut, dann versuchen wir doch mal deinen Sieb so ein bisschen irgendwie mit Inhalt zu füllen und gehen in die erste Kategorie und die ist auch relativ einfach, die Kategorie hat diesen wunderbaren Namen beste Mannschaft ever und zwar Bewertung Transfers und Kader. Also ich dachte, wir gucken also so Dinge wie, wie ausgewogen ist der Kader, Führungsspieler, wurden wichtige Positionen gut besetzt, also wie würdet ihr den Kader der Saison 2023, 2024 in Summe bewerten? Also jetzt nicht nur irgendwie Sommer oder Winter, sondern wir gucken auf den Kader, wie er am Ende dann da stand und wären wir damit zufrieden und wie viele Punkte würden wir da geben? Basti, wie siehst du das? Ich muss nachfragen. Ja. Diese Unterkategorien, die preise ich alle in meine abschließende Bewertung schon mit ein oder bewerte ich die jetzt einzeln? Nein, das sind Gedankenschlützen, Hilfsmittel. Du fragst mich jetzt, Basti, du kriegst eine Skala von 0 bis 100, bewerte den Kader über die gesamte Saison gesehen. Korrekt, das ist die Frage. Einfach kann jeder. Also ich kann, wenn es euch hilft, können wir nochmal... Okay, die Transfers hätte ich sonst nochmal durchgehen können, Basti sagt 68. Was ist denn Grundlage deiner Bewertung der 68? Keine Ahnung, das hätte ich jetzt einfach gesagt. Also der erste Gedanke, den ich natürlich hatte, ist diese riesen, riesen, riesen Lücke im Sturm, die wir meiner Meinung nach bis ans Saisonende mit uns geschleppt haben. Da hat eine Verletzung mit reingespielt, da kann man nichts dafür. Im Sommer musste man das wahrscheinlich machen, aber trotzdem unterm Strich bewerte ich ja den Kader, der zur Verfügung stand. Und der war der vordersten Offensive nicht ideal. Bleibe ich bei, habe ich von Spieltag 1 an rumgemeckert drüber. Aber selbst als Morali noch da war, war mir das zu dünn. Und das ist das, was so ein bisschen das, keine Ahnung, 20 Punkte ist, schon mal von den 100 wegnimmt. Und die 12, die dann noch weggehen, ist vielleicht aufgrund, ja, sagen wir mal, Außenbahnen und allgemeinen Alternativen haben mir so ein bisschen gefehlt. Also es gibt Löcher in diesem Kader, der größte war meiner Meinung nach im Sturm. Auf den Außenbahnen gab es situative Löcher, beziehungsweise waren die Spielertypen so unterschiedlich, dass du, wenn du links zum Beispiel Max oder einen Kunko eingesetzt hast, ein komplett anderes Spiel hattest. Das fand ich nicht so ideal, aber prinzipiell ist es trotzdem ein Kader, der an die 70 kratzt, weil trotzdem auch geile Spieler dabei waren. Also immer, wenn wir hier Aufstellungen gemacht haben, hatten wir Härtefälle über die ganze Saison, wo wir nicht wussten, okay, jetzt stelle ich den oder den. Das war die vergangenen Jahre auch nicht immer so, da waren wir froh, wenn wir eine erste Elf zusammengekriegt haben. Und dieses Jahr ist es schon so, dass da Alternativen da waren und auch gute Alternativen und auch gute Neuzugänge. Also bin ich in allerkürzester Zeit diese Gedanken alle durchgegangen und dann bei 68 gelandet. Okay, fair enough. Patricia? Ich finde das sehr schwer, das zu bewerten, bevor wir überhaupt drüber gesprochen haben, weil ich finde es, also das sind so Punkte und Aspekte, die mir gar nicht, wenn ich jetzt eine Pistole auf die Brust kriege und sage, sag mir eine Zahl. Dann finde ich das sau schwer, alles mit einzubeziehen, um eine seriöse Zahl zu geben. Deswegen bin ich froh, dass Basti jetzt schon angefangen hat, so ein bisschen auszuführen. Mein erster Gedanke war irgendwas bei 70. Ich würde aber wahrscheinlich sogar über 70 gehen, aber jetzt auch nicht viel weiter über 70. Irgendwie, tja, sagen wir 72 oder so, weil ich finde an sich, wenn man das mal auf dem Papier sich anschaut, sind das keine schlechten Transfers. Und man hat sich auch schon den Problemen angenommen, die man im Kader hatte. Also vor allem, wenn wir jetzt am Ende den gesamten Kader betrachten, was wir machen sollen. Das Sturmproblem wurde angegangen, wie Basti gesagt hat, dass da jetzt eine schwere Verletzung dazu kam. Da kam man jetzt halt nichts für klar. Kalajic ist sowieso ein Spieler, der verletzungsanfällig ist leider. Aber mein Gott, das Risiko gehst du dann halt. Und dass es dann wirklich das Worst-Case-Szenario eintritt, ist halt scheiße gelaufen. Aber ich glaube, alles in allem wäre der Sturm sogar ziemlich gut aufgestellt, wenn er denn fit geblieben wäre. Von daher, der Gedankengang war gut. Also wenn man bedenkt, Ekitike kam dazu, der ist jetzt geil und ich glaube, der wird uns auch noch richtig Freude bereiten. Der hat halt nur ein bisschen gebraucht, um fit zu werden, um reinzukommen. Das ist ärgerlich, weil in der Zeit, in der er fit geworden ist, hätte ich gedacht, wäre auf jeden Fall Kalajic da gewesen. Und ich finde, in den ersten Spielen, die er gemacht hat oder in den wenigen Spielen, die er gemacht hat, hat man auch schon gesehen, dass der dem Kader was geben kann. Von daher, vom Gesamtkonzept eigentlich ganz gut. Ich finde auch jetzt im Nachhinein, wir haben wahrscheinlich am Anfang der Saison alle gesagt, Mamouche, weiß ich nicht, kann der das tragen, bringt der uns was im Sturm. Aber ein richtig geiler Spieler, ist kein Mittelstürmer, aber es ist vor allem kein so Turm vorne drin, sondern halt ein anderer Spielertyp. Aber wie wichtig war der? Also das ist wahrscheinlich der wichtigste Spieler auf dem Platz gewesen, über weite Strecken, vor allem der konstanteste. Vor allem das auch gut. Ansonsten, du bist wirklich die Problemstellen angegangen, du hast ja auch die Innenverteidigung aufgebessert, beziehungsweise, ja, du musstest Abgänge stopfen, um es mal sozusagen Lücken nach Abgängen stopfen. Von daher, so viel zu meckern habe ich nicht, außer, dass es dann vielleicht ein bisschen blöd gelaufen ist und halt diese ganze Sommergeschichte mit Colomyanie. Das ist, im Nachhinein hat uns das wahrscheinlich auch mehr reingeritten in Situationen, die wir vielleicht nicht hätten kommen sollen, als uns lieb ist. Aber auch da, du musstest dann wahrscheinlich auch wirklich dieses Angebot so annehmen, wie es kam. Ist eine schwierige Gesamtsituation, deswegen, ich würde es schon auf einer guten, ja, ich sage mal, die hat 73. Ich finde, es ist ordentlich eigentlich, der Kader. Gab halt ein paar Unzulänglichkeiten. Also 73, hat das so gesagt, ist eins. Ja, ich habe mich jetzt noch einen Punkt korrigiert. Ich finde, ehrlich gesagt, die Unzulänglichkeiten sehe ich trotzdem auch in der Innenverteidigung. Du hast die Spieler gut ersetzt, aber ich finde, dass man auch diese Saison gesehen hat, dass das nicht breit genug war. Ja, also du konntest diese Tutor-Phasen, die man immer hat, konntest du irgendwie nicht wirklich ausgleichen mit Smolchic oder so. Ja, das stimmt. Und Hasebe war dann auch jetzt nicht mehr so, dass er so viele Spiele gemacht hat. Also so, nicht ganz so krass wie im Sturm, aber in der Innenverteidigung war dann auch so ein bisschen, ja, fitzschwierig. Weil du musst dich auf eine Zahl einigen, weil gleichzeitig darf man halt auch nicht vergessen, was Patrizia sagt. Manche Dinge, die für diesen Kader gesorgt haben, liegen vielleicht auch gar nicht in deiner Hand. Also du bist halt auch noch Eintracht Frankfurt, also muss man das immer irgendwie in Relation setzen. Sehr, sehr schwierig, René, vielen Dank. Ich finde es auch schwierig, weil ich das Gefühl habe, von der Bank aus konntest du wirklich nicht mehr so viel nachfeuern. Also einige Spieler schon, du hattest eine Weile Dina Ibimbe auf der Bank, du hast einen Knauf auf der Bank. Das ist alles, das ist gut und es hat uns auch in manchen Spielen was gebracht, so Spieler nachlegen zu können. Aber andererseits dann, wie Basti meinte, auf der Außenbahn. Du hast eine komplett andere Spieldynamik, da konntest du eben nicht einfach mal einen Spieler austauschen und das ganze Spiel verändert sich nicht, sondern du kannst einfach so weiterspielen. Das finde ich schwierig oder auch jetzt die Innenverteidigungssituation, du hast da irgendwie auch nicht so den krassen Konkurrenzkampf, dass du sagst, hey, wenn der eine irgendwie nicht bei 100 Prozent ist, dann rückt ein anderer nach. Und das ist schwierig, aber auch da, ich finde das richtig schwierig zu balancieren. Preis-Leistung auch so ein bisschen, also wie teuer darf ein Spieler sein, den du am Ende auf der Bank hast, so zum Nachschieben und was sind das für Spieler? Also wer macht das, ohne irgendwie groß Stunk zu machen oder wer nimmt das an? Und die Spieler musst du finden, du musst die bezahlen und die müssen dann irgendwie auch noch performen. Also die müssen ja dann auch so gut sein, dass du sagst, hey, das ist mega geil, dass der nachrücken kann. Und dieses Gesamtpaket zu finden, so einen perfekten Joker oder Bankspieler, der sich eventuell dann auch mit den Jahren hocharbeiten kann zum Stammspieler und dann rücken andere Bankspieler nach. Aber einfach dieses ganze Konzept, das ist halt nicht so einfach. Das klingt immer erst mal geil, das zu haben. Aber ich will mir nicht vorstellen, was das für ein Hickhack ist. Das ergibt sich vielleicht manchmal innerhalb einer Saison auch einfach so, aber es ist halt nicht so einfach zu planen, finde ich. Ja, gerade weil wir die Ersten sind, die hier meckern, wenn die Eintracht völlig überteuerte Leute auf der Bank sitzen hat die ganze Zeit und es dann Stress gibt. Also es ist nicht so schwierig, das auszutarieren. Aber ich bin gespannt, René, was du für eine Punktzahl vergibst. Ja, ich hatte ja immerhin den Vorteil, dass ich Garderien vorher kannte. Ich bin ähnlich in der Region wie du, Basti, ein bisschen drunter. Ich habe 65 aufgeschrieben. Zum einen eben für den Punkt, den du gerade eben noch angebracht hattest, nämlich das mit der Innenverteidigung. Klar, wir haben dann eine Verpflichtung wie ein Pacho, der am Anfang der Saison ja kam, der mega eingeschlagen hat, der auch nahezu alle Pflichtspiele irgendwie gemacht hat. Aber du hattest halt auch da wenig Alternative, wie du es ja richtig gesagt hast. Du hattest die drei Innenverteidiger und das war es dann. Und das bedeutet im Zweifelsfall musst du dann wieder irgendwie das System umstellen oder du kannst halt nicht gleichwertig irgendwie nachsetzen. Und ich fand auch, oder ich finde immer noch, dass die Anzahl von wirklich Führungsspielern, die halt eben das Spiel dann irgendwie leiten, war mir ein bisschen zu wenig. Man hat da sehr drauf gesetzt auf ein Götze, ein Skiri, ein Koch, ein Trab. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, dass Sebastian Rohde jetzt in der Saison von, weiß ich nicht, wie viele Pflichtspiele hatten wir, 44, 45, dass der nicht bei 40 davon auf dem Platz stehen wird, sondern deutlich weniger. Das war vorherzusehen. Von daher finde ich jetzt an der Stelle, kann man nicht so viele Punkte einfach vergeben, weil es ein bisschen, ja, das ist mir in der Kaderzusammenstellung, ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Auf der anderen Seite, wie ihr es richtig gesagt habt, man hat halt, glaube ich, auch dadurch, dass man viele junge Spieler geholt haben, einfach auch einen Kader, der, wo du nicht so dieses Stresspotenzial irgendwie drin hast. Wenn du irgendwie eine große Ansammlung von erfahrenen Haudegen hast, wo jeder halt für sich irgendwie eine Berichtigung sieht, zu spielen, dann kann es halt schon einfach auch ein bisschen, da habe ich eine Rückkopplung, kann es ein bisschen schwierig werden. Ja. Ich glaube, die Rückkopplung ist Marvin. Marvin, bist du bei uns? Hallo erstmal. Schönen Gruß in die Runde, tut mir leid. Für diese Konfusion, da funktionieren einmal die Geräte nicht, aber das ist so ein bisschen wie diese Saison, weil in der Saison hat ja auch vieles nicht funktioniert. Das ist richtig und damit steigst du quasi dann auch schon direkt ein. Ich habe mir überlegt, wir machen heute Kategoriebewertungen. Ich habe mir verschiedene Kategorien ausgedacht und jeder von uns gibt eine Bewertung auf einer Skala von 0 bis 100 ab. Und wir haben gerade eben schon mit der ersten Kategorie angefangen und die Kategorie heißt beste Mannschaft ever. Da gehören dazu Transfers, wie ist der Kader, wie ausgewogen ist der Kader, sind wir zufrieden mit Anzahl der Führungsspieler, waren wichtige Positionen adäquat besetzt. Und mit dieser Kategorie haben wir angefangen. Basti hat 68 Punkte gegeben. Er sieht das größte Manko im Bereich des Sturms. Patricia hat 73 Punkte gegeben, weil sie sagt, das ist eigentlich schon okay und ja, Sturm war mit Sicherheit Kritikpunkt, aber wir haben ja Oma Mamusch zum Laufen gebracht. Ich habe 65 Punkte gegeben, weil ich sage, mir ist die Innenverteidigung noch ein bisschen dünn besetzt und mir fehlen tatsächlich so ein bisschen Führungsspieler auf dem Feld. Und jetzt wäre dann noch deine Bewertung offen, Marvin. Ich glaube, am Ende würde ich sogar bei 71 sein. Also es ist tatsächlich so, wir werden jetzt übrigens ein paar Leute einfach verlieren. Also dadurch, dass wir mit Rode, dass Rode weg ist, mit Tasebe, dass der weg ist, auch als, ja, als Zielspieler, als Leader-Typen. Das heißt, eigentlich geht jetzt gerade die Tendenz von der 71 eher nach unten. Aber es war schon so, dass man sagen muss, für eine Bundesliga-Mannschaft ist schon viel da, auch vieles, was noch Entwicklungspotenzial hat. Wir haben immer wieder über Larsson gesprochen, Chaiibi ist ein toller Spieler, Akiteke entwickelt sich gerade in genau die richtige Richtung. Also das wäre von den Spielern, die jetzt eigentlich gerade da sind, wäre das eher in eine positive Richtung gegangen. Aber jetzt sind halt zwei wichtige Führungsspieler weg. Einige Spieler werden älter. Hierzu nennen natürlich Kevin Trapp, der jetzt sich aus dem EM-Kader rausrotiert hat. Und trotzdem finde ich auch spannend, was du angesprochen hast, dass die Innenverteidigung eventuell, ja, vielleicht noch mal ein bisschen ausbaufähiger wäre. Trotzdem lande ich so bei 71 Punkten, was ganz gut ist. Und ehrlich gesagt, mit 71 Punkten dann auf Platz 6 zu landen, ist sowieso eine super Sache. Also ich glaube, wir sind ja alle nicht komplett weit weg. Also niemand tippt auf die 50, niemand geht auf die 80. Aber dass wir uns alle so in den 65er bis Pan-70er Spektrum bewegen, zeigt auch, ja, dass wir auch in unserer Gefühlslage das Ganze nicht komplett schlecht waren. Ja, das definitiv. Mal gucken, wie das dann in den anderen Kategorien weitergeht. Eine Zwischenfrage, nochmal zu den Transfers. Also nicht, dass das jetzt unsere Punkte durcheinander wirft oder so, aber wie bewerten wir denn? Wir haben ja jetzt gesagt, wir nehmen das Winter- und das Sommertransferfenster mit rein, also das Vergangene. Aber im Winter haben wir ja zum Teil auch für diesen Sommer eingekauft. Wie ziehen wir das mit ein? Weil zum Beispiel Amon da ist ja ein Innenverteidiger, der kommt jetzt im Sommer, der wurde im Winter geholt, oder nicht? Also das wurde zumindest bekannt gegeben. Zählt das dann auch als Wintertransferfenster? Weil das hat ja auf die Saison keinen Einfluss gehabt, aber es hat ja aufs Transferfenster einen Einfluss gehabt. Ich will die Punkte nicht mehr durcheinander werfen. Vielen Dank, Patricia, weil ich habe hunderte genau solcher Fragen eigentlich auch gehabt. Also ich habe mich nicht getraut. Warum hast du dich nicht getraut, die zu stellen? Weil das nur zu Chaos geführt hätte. Ich habe mich einfach gefügt. Ich habe gesagt, René, du sagst, was ich machen soll, ich mache. Aber ich fand es auch schwierig zu sagen, ich bewerte den ganzen Kader mit einer Punktzahl irgendwie schnell, weil da auch sehr viele Variablen drin sind, wie genau das so. Bewerte ich jetzt einen Bauherr mit, der zählt ja eigentlich nicht dazu. El-Kittiqui war erst am Ende dabei. Also es ist schwierig. Ich finde, dass auch der Kader der Hinrunde sich unterschieden hat von dem der Rückrunde und so weiter und so weiter. Also da ist ja auch viel Bewegung drin gewesen, das dann alles auf eine Punktzahl runterzubrechen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich zumindest 0 bis 100 machen darf. Deswegen, ja, berechtigte Einwand von Patricia. Sei froh, dass ich nicht meinem ersten Gedanken gefolgt bin. Da war meine Idee einfach Schulnoten. Da hättest du dann ein Spektrum von 1 bis 6 gehabt. Da war ich mir ziemlich sicher, das hätte zu Diskussionen geführt. Da hätte ich mit Plus und Minus gearbeitet und hätte noch gesagt, was der Lehrer noch dazu schreibt. Ja, ja, genau. Das hatte ich auch befürchtet. Dann hätte ich nicht gewusst, wie ich das in eine Excel-Tabelle bringe und deswegen habe ich es gelassen. Da habe ich gedacht, 0 bis 100 ist easier. Okay, wollte keine Verwirrung reinbringen. Ja, alles gut. Nee, ist ja ein wichtiger Faktor. Also ich habe zum Beispiel die Transfers jetzt nicht berücksichtigt, auch wenn sie im Winter kommuniziert waren, weil sie für mich einfach nicht zu dieser Saison gehören. Sie hatten keinerlei Effekte für mich. Ja, ist ja auch richtig eigentlich. Ja, hat halt nichts mit der Saison an sich zu tun. Richtig. Schauen wir mal, ob wir uns bei der nächsten Saison oder bei der nächsten Kategorie einiger werden. Die Kategorie hat den wunderbaren Namen Das hat System und da geht es um Taktik, Spielweise, Mittel gegen tiefstehende Gegner, Chancenerarbeitung, ETC. Aber all diese ETC-Sachen wieder in eine Punktzahl? Alles wieder in eine Punktzahl, ja. Ach, da rede ich, Alter. Ja? Okay. Möchtest du anfangen oder möchtest du erst drüber nachdenken, Pastor? Sag nochmal, wie heißt es nochmal? Das hat System, ist die Kategorie. Da fallen für mich drunter Sachen wie Taktik, Spielweise, finden wir Mittel gegen tiefstehende Gegner, wie ist Chancenerarbeitung. Da kannst du vielleicht auch noch so Sachen dazu zählen wie Rücklaufverhalten, Passverhalten. Also das, was du quasi auf dem Feld in den 90 plus x Minuten siehst. Und wie würdest du das bewerten? 61. 61. Weil? A, weil ich es schnell wieder sagen musste. Und B, weil ich auf jeden Fall in eine positive Tendenz gehen wollte, weil ich den Ansatz verstanden habe von Eintracht zu sagen, ey, wir müssen probieren, ein bisschen mehr Ballbesitzfußball zu spielen. Wir können nicht für immer dieses Halligalli-Gib-ihm-System spielen, weil halt irgendwann die ganze Bundesliga das spielt. Und du, wenn du so wahrgenommen bist wie die Eintracht, die irgendwann Gedanken machen musst, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben hier länger als eine Halbzeit mal in dieser Saison die Viererkette gesehen. Das würde ich auch als positiv bewerten. Man hat in der Hinrunde am Anfang, obwohl es offensiv harmlos war, trotzdem irgendwie stabil gesehen. Also die Eintracht war defensiv sehr stabil, die Eintracht war ballsicherer als sonst. Die Eintracht hat nicht, wie es früher war, keine Ahnung, nach dem vierten, fünften Pass, konntest du früher die Uhr nachstellen, wenn die den Ball verloren haben. Der hat auch mal längere Ballstaffetten drin gehabt. So ein bisschen hat man in der Saison schon so eine taktische Weiterentwicklung gesehen. Aber ich bleibe dann halt auch bei 60 stehen, weil du auch diesen Beisatz genommen hast. Okay, wie gut hat das überhaupt funktioniert? Und da sind bei mir halt trotzdem diese vier Spiele am Anfang und vier Spiele am Anfang der Rückrunde noch zu sehr im Gedächtnis. Da hat das eben überhaupt nicht geklappt. Da kannst du mir erzählen, was du da implementieren willst. Das hat an gewissen Stellen einfach nicht funktioniert. Ich erinnere mich, dass ich in Köln stand und plötzlich war Hugo Larsson auf der 10. Oder beziehungsweise fast im Sturm. Also da waren auch viele Dinge dabei, die ich nicht verstanden habe. Ich habe viele Wechsel nicht verstanden, was dann dazu führt, dass halt von oben die 40 Punkte wieder das runterdrücken und ich dann halt so in dem Bereich lande. Okay. Aber auch schwer. Ich habe mir keine einfachen Kategorien ausgegeben. Patricia. Ja, ich glaube, man geht vor allem bei der Kategorie, lässt man sich schnell so von den Emotionen leiten oder vom persönlichen Empfinden, wenn man die Spiele geschaut hat. Weil ich glaube, viele haben sich gedacht, boah, das reißt mich jetzt nicht so mit. Das ist irgendwie ein bisschen langweilig oder das ist nicht so schön anzusehen. Beziehungsweise noch nicht, da ist auch so meine Klammer drum, weil es ist halt schon auch im System großer Umbruch. Also in der Spielweise, was die Eintracht bisher gespielt hat versus was sie jetzt versucht zu implementieren beziehungsweise versucht hat zu implementieren, welchen Weg sie jetzt geht. Deswegen finde ich es schwierig zu bewerten. Ich will mich da jetzt auch nicht zu negativ einstimmen, weil wie Basti gesagt hat, nur weil es Dinge gibt, wo ich sage, ich verstehe die nicht, heißt das ja nicht, dass das keinen Sinn hatte, weil ich bin ja jetzt auch nicht der Trainer und ich bin jetzt auch nicht der Fußballexperte schlechthin. Da werden schon Gedankengänge dahinter stecken. Da werden aber auch Fehler gemacht worden sein oder Dinge probiert worden sein, die eben nicht so funktioniert haben. Von daher, es ist so ein Hin und Her. Ich würde auch eher in eine positive Richtung gehen, kann aber auch nicht allzu hoch gehen, weil ich glaube, ich gehe jetzt erstmal an den Punkten. Ich bin so beinahe 59 vielleicht. Einfach, weil ich halt verschiedene Dinge mit einbeziehen will. Es war nicht alles schlecht. Es ist auch also immer noch über der 50er-Grenze, also schon Richtung positiv. Aber ich glaube auch, es gibt noch viel Arbeit. Also es ist ein Umbruch und ich glaube, der ist immer noch da. Gleichzeitig gab es aber auch, auch wenn man es ungern hören mag, aber es gab entschuldigende Dinge. Also sowas wie, dass du dann Verletzungen hattest, dass der Kader vielleicht nicht zu 100 Prozent darauf ausgerichtet war. Gleichzeitig gibt es aber auch Dinge, wo man sagen muss, du musst was abziehen, wenn du Chancenerarbeitung ansprichst. Ich glaube, die Eintracht ist eins der Teams, die in der Liga die wenigsten Chancen sich erarbeitet haben. Das ist halt auch nicht so geil und ich glaube auch nicht, dass das der Plan war. Ich glaube schon, dass man gerne Chancen hat und gerne Tore schießt in diesem Sport. Wäre auch logisch, also ist auch logisch. Das hat aber nicht so gut geklappt. Andererseits, es war eine Entwicklung zu sehen. Du hast gesehen, du bist irgendwie zusammengebrochen nach Gegentoren, dann irgendwann nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, der Wille und die Mentalität im Team waren immer da. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein zerrüttetes Team ist und dass die jetzt irgendwie nicht verstehen, was sie da machen. Gleichzeitig hatte ich aber auch immer das Gefühl, dass sie ein bisschen überfordert waren teilweise. Also dass du gemerkt hast, wenn die Spieler irgendwann einfach schneller und geradliniger nach vorne gespielt haben, dass es viel, viel besser funktioniert hat, als wenn die irgendwie versucht haben, vielleicht irgendeine Taktik zu verfolgen, die ihnen mitgegeben wurde. Deswegen hatte ich das Gefühl, oft gegen Ende des Spiels, wo man dann so ein bisschen Panik bekommen hat, scheiße, wir müssen noch was machen, lief es besser und war irgendwie mitreißender, als irgendwann, sage ich mal, 40, 50, 60. Minute mitten im Spiel, wo man vielleicht noch versucht hat, irgendwelche taktischen Hinweise zu befolgen. Also es ist so ein bisschen hin und hergerissen. Ich glaube auch, es greift einfach noch nicht alles, wie es soll. Vielleicht haben Dinge auch nicht funktioniert. Vielleicht war es auch nicht perfekt auf die Spieler zugeschnitten. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich kann keine perfekte hohe Punktzahl geben, finde es aber, glaube ich, auch nicht so dramatisch, wie das teilweise wirkte oder wie es teilweise ausgemacht wurde, weil es eben auch eine Entwicklung gab. Deswegen, ich glaube, ich habe gesagt 59. Ja, das so. Ja, dann, dann machen wir das mal so und ich mache jetzt hier den Monolog mal ein Ende. Ich glaube, ich habe noch 300 andere Gedanken dazu, aber ich glaube, das beschreibt so ein bisschen. Okay. Marvin, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich finde, es ist einfach vieles schon gesagt worden. Also ich glaube, das ist auch so eine ausufernde Frage, bei der kann man tatsächlich in minutenlange Diskussionen reingehen. Aber ich glaube, vieles ist einfach schon gesagt worden und ich glaube, am Ende ist es so, dass der Eintracht wahrscheinlich mit die schlechteste Mannschaft von den Mannschaften ist, die den Ballbesitzfußball eher forcieren. Und das habe ich ja auch schon öfter hier erwähnt, die ja, also nicht mehr dieses Gegenpressing spielen, nicht mehr diese schnellen Konter. Und trotzdem ist es halt eine andere Art und Weise, Fußball zu spielen. Und das muss die Eintracht natürlich auch erst lernen. Auch Hütter-Fußball war beispielsweise noch ein ganz anderer. Und auch der Glasner-Fußball war im Grunde noch ein anderer Fußball, als das, was halt jetzt gespielt wird. Dementsprechend 63 sogar. Ich bin sogar recht positiv, weil ich denke, am Anfang haben sie es sehr schlecht gemacht. Am Ende in den letzten Wochen habe ich eine Entwicklung gesehen, die mir gezeigt hat, dass das mit den richtigen Mitteln, also auch mit dem EGTK, auf jeden Fall funktionieren kann. Es kann funktionieren dadurch, dass alle jetzt schon einigermaßen wissen, wie sie auch offensiv Fußball spielen. Wir haben in den letzten Wochen eine Weiterentwicklung auch gesehen, dass wir mehr Chancen uns erarbeitet haben. Und das war ja am Anfang komplettes Desaster. Dementsprechend wohlwollende 63 Punkte mit kleinem Ausrufezeichen, weil wir das, was wir in der Hinrunde gut gemacht haben, und zwar die Innenverteidigung oder die Verteidigung generell, zum Ende der Rückrunde wieder haben schleifen lassen. Also da warne ich so ein bisschen, dann kann das auch schnell wieder unter die 60 rutschen, um es mal so zu sagen. Aber für mich mal wohlwollende 63 Punkte. Ja, Innenverteidigung ist für mich auch ein wichtiger Faktor für meine Bewertung, weil ich finde gerade am Anfang der Saison haben wir das extrem gut gemacht und extrem gut und solide da gestanden. Viel damit halt einfach dann auch verhindert. Es lag dann am Ende wahrscheinlich sehr an der Offensive, dass wir gerade in den von Basti angesprochenen Spielen zum Beginn der Saison, zum Beginn der Rückrunde halt einfach dann die nötigen Punkte gegen schwache Gegner nicht geholt haben. Aber zumindest am Anfang, fand ich, waren wir in der Defensive sehr gut unterwegs. Was ich ein bisschen negativ finde, das ist das, was Basti auch schon angesprochen hat, ist, dass teilweise die Wechsel so ein bisschen merkwürdig waren. Teilweise wirkt es dann halt einfach, man versucht irgendwie auf Krampf irgendwie Leuten Spielzeit zu geben. Das zeigt sich auch daran, dass wir weit über 30 eingesetzte verschiedene Spieler in der Saison irgendwie hatten, was ja dann auch irgendwie zeigt, dass man da vielleicht nicht so richtig irgendwie so eine Stammelf findet. Ich finde aber auch gerade am Ende hin, dass, wie du richtig gesagt hast, Marvin, wir in der Offensive da immer wieder viele Dinge gesehen haben, viele Dinge ineinander gegriffen haben. Und ich glaube schon, dass da einiges an der Entwicklung drin ist. Die Frage ist halt, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wie entwickelt sich das weiter? Deswegen wäre ich auch da wieder bei meinen 65 Punkten. Ich finde einen Punkt, den Marvin und Patricia angesprochen haben, der ist mir im Nachhinein erst nochmal bewusst geworden. Und das mit den Chancen, das ist ja wirklich dramatisch gewesen. Die Anzahl der erarbeiteten Chancen. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich ein Hauptgrund und der hauptverantwortliche Grund für diese mangelnde Emotionalität, die jeder Eintracht-Fan trotzdem über weite Teile der Saison hatte. Dass du, wenn du wirklich, was die finalen Chancen betrifft, auf dem letzten Platz stehst, dann kannst du halt auch nicht alles richtig gemacht haben. Weil selbst in der Entwicklungsphase muss das besser sein. Du hast ja noch andere Instrumente. Du kannst ja nicht sagen, wir müssen das jetzt hier üben und das ist ganz klar, dass wir dann die wenigsten Chancen haben werden. Sondern da hätte man situativ-taktischer dran gehen müssen. Zu sagen, okay, wir sind in dem und dem Stadion, was unsere Weiterentwicklung betrifft, die lassen wir aber heute mal beiseite. Und wir kämpfen Köln jetzt nieder. So einfach. Also das hat man ja gezeigt, dass man das auch dann, als es wirklich darum ging konnte, gegen Hoffenheim, gegen Augsburg. Aber das kam mir zu wenig. Also mir kam zu wenig Simplifizierung einfach in diesen Umbruchsprozess rein, um halt einfach an dem und dem Tag dieses scheiß Spiel zu gewinnen. Du hattest Spiele zu Hause gegen Union, gegen Bremen, ganz im Ernst. Da interessiert es mich nicht, ob das jetzt auch zu einer Entwicklung gehört. Sondern dann gewinn einfach das Spiel. Und das kannst du auch mit einfacheren taktischen Mitteln machen, wo die Eintracht diese Saison einfach nicht gut war. Das muss man einfach sagen. Das kannst du auch nicht alles mit Umbruch erklären. Weil es ist ja nicht so, dass die Eintracht diese Saison die einzige Mannschaft war, die einen neuen Trainer hat oder die auch mal neue Spiele hat. Also so ein bisschen wurde auch immer von Eintracht Seite so getan, als wäre das eine exklusive Situation, die die Eintracht da hat. So. Triffst du nur auf eingespielte Mannschaften mit den Trainern, die schon zehn Jahre da sind. Unwahrscheinlich. Ja, also mich nervt es auch im Nachhinein wieder, muss ich sagen. Mich nervt es, wenn man in die Saison reingeht, wenn man das Gefühl der gesamten Saison reingeht, nervt es mich hauptsächlich, was die Saison so passiert ist oder nicht passiert ist. Ich muss sagen, das hat das bei mir auch am ehesten noch nach unten gedrückt. Also diese Chancenerarbeitung und die Standards. Also dass man da einfach nicht existent war. Also das hat es für mich tatsächlich unter die 60er Marke gedrückt, also knapp. Ja, ist ein Punkt. Weil das finde ich, also dass du da irgendwie, weiß ich nicht wie viel, über 200, fast 300 Ecken am Stück machst, ohne ein Tor zu machen, ohne dass daraus auch nur irgendwas entsteht. Dass du auch keine Freistellung, gar nichts, also du, okay, dass du keine Elfmeter bekommst, ist eine andere Geschichte. Das liegt vielleicht dann aber auch daran, dass du selten im Strafraum bist, weiß ich nicht. Aber Ecken, Ecken sind so ein einfaches Mittel, wenn du anders nicht in Torgefahr, in Tornähe kommst oder irgendwie dir nicht anders zu helfen weist. Aber auch das, darauf konnte man sich auch nicht verlassen. Und das war für die Eintracht eben kein Mittel, leider. Und das muss ich sagen, hat mich die ganze Saison über echt genervt, obwohl ich zwischenzeitlich die Hoffnung hatte, jetzt mit J.B., der das eine Zeit lang ganz gut gemacht hat, bessert sich das. Aber das hat halt nicht gereicht. Das war wirklich, das war wirklich schlimm, muss ich sagen. Ja, es gehören halt ja immer zwei dazu. Auf der einen Seite hast du halt Shaibi, der schon die Dinger ordentlich tritt. Also sie kommen jetzt nicht mehr irgendwie kniehoch auf den ersten Pfosten, sondern die sind schon so vor den Bereich des Tores gebracht, dass man sie theoretisch verwerten könnte. Das funktioniert halt dann auch irgendwie nicht. Also, dass dann die Spieler auch so positioniert sind, dass man dann damit halt auch eine gewisse Torgefahr erzielen kann. Manchmal hatten wir ja die Situation, dass dann ein Koch oder auch ein Tutor dann schon so ein bisschen in der Richtung waren, aber man hat sie halt nicht so richtig aufs Tor dann halt draufbekommen. Also wirklich diese absolute Gefahr hat man damit nie wirklich irgendwie schaffen können. Ja, es war, glaube ich, eher so der Garant zu wissen, okay, die nächsten dreieinhalb Minuten passieren nichts. Ich kann jetzt definitiv auf Toilette gehen. Ja. Was aber auch halt einfach, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile irgendwie schon einfach Bestandteil der Eintracht-DNA ist oder einfach nach wie vor Ärgernis, dass wir über dieses Thema Ecken, seitdem wir diesen Podcast machen, immer wieder reden. Immer in unterschiedlichen Gründen, aber wir sind nie zufrieden damit. Ja, es ist jetzt aber auch schon besser geworden, muss man auch sagen. Also, die letzte Zeit ist definitiv jetzt auch, ne, ich stehe ja sehr oft die letzten Wochen, Monate ab, aber selbst die letzten paar Wochen waren tatsächlich auch schon in den Ecken besser. Dinge funktionieren langsam schon ein bisschen mehr, aber es ist halt alles extrem spät. Und deswegen, ja, ähm, ich sehe trotzdem positive Erkenntnisse, jetzt auch bei Ecken, auch bei Standardsituationen generell langsam wieder in dieses Spiel gekommen, aber wir sind halt irgendwie am 32. Spieltag irgendwie ins Spiel gekommen oder beziehungsweise in diese Saison gekommen. Das war halt ein bisschen problematisch. Dementsprechend, ja, tun wir uns aber auch mit der Bewertung schwer, weil oftmals war es so, dass die Eintracht gerade am Ende richtig abgekackt hat. So ist es jetzt gefühlt so ein bisschen, dass man dann gerade so ins Laufen gekommen ist. Übrigens aber auch, ohne dann wirklich zu großartigen Punkterfolgen zu kommen, weil das eine oder andere Unentschieden oder die beiden Unentschieden jetzt waren ja jetzt auch jetzt keine, ja, Jubelstürme im Endeffekt. Ja, richtiger Punkt. Ja, es ist irgendwie, das merkt man ja jetzt auch, man tut sich ja selbst, obwohl die Saison vorbei ist, mit abschließenden Bewertungen schwer. Also du hast so immer das Gefühl, ja gut, das, was ich jetzt hier gerade bewerte, würde ich gerne auch nochmal weiter in Zukunft beobachten oder beziehungsweise, wie Marvin es gesagt hat, da gibt es schon Tendenzen in die eine oder andere Richtung. Also es ist eine unglaublich schwierige Saison, auch als Fan. So, das ist, ja, keine Ahnung, also die Bewertungen fallen einem wirklich schwer. Man merkt es ja auch daran, dass wir alle hier in so 55, 60, 65 Bereichen landen, weil das halt auch so ein bisschen das Gefühl von der Saison widerspiegelt. Du fällst nicht ab, so, du bist nicht irgendwie konstant sauer, aber du bist auch nicht konstant euphorisch, du bist so ein bisschen im Grübeln die ganze Zeit. Ja, das kommt ja auch noch dazu, haben wir, Patricia hat die Chancen vorhin angesprochen, was auch noch dazu kommt, der andere hat 14 Mal unentschieden gespielt. Das ist schon viel und das macht halt eine abschließende Bewertung auch schwierig, weil das, ja, so. Ja, irgendwie, man ist nicht richtig in die Saison reingekommen, man kommt aber irgendwie auch nicht richtig raus. Also mir fällt es so schwer, da so einen Cut zu setzen, weil ich das Gefühl habe, ich bin in so einem Prozess drin. Also ich habe das Gefühl, das ist einer der größten Umbrüche der letzten Jahre, auch wenn wir jedes Jahr von Umbruch sprechen. Aber diesmal hat das halt schon echt viel. Das hat Spieler, das hat ein komplettes Trainerteam, das ist aber auch ein komplett neues System, was irgendwie implementiert werden soll. Und ich glaube auch, sowas kann sich, das hat man ja auch schon bei anderen Mannschaften auf der ganzen Welt gesehen, das kann sich natürlich ziehen über mehrere Saisons. Das ist einem vielleicht nicht lieb und das macht vielleicht auch dann mal die ein oder andere Saison weniger Spaß. Und es führt auch nicht zwingend immer zu was Tollem, es kann aber zu was Tollem führen. Und ich habe das Gefühl, wir sind halt an dem Punkt, wo wir noch nicht wissen, wo es hinführt. Also man hat vielleicht Tendenzen und sagt, hey, das geht jetzt in die positive Richtung, das Gefühl habe ich auch. Aber man weiß es eben nicht, es kommt ja jetzt einfach so eine komplette Sommerpause, es werden wieder Spieler gehen, es werden wieder Spieler kommen und dann fängst du doch irgendwie wieder bei Null an, aber auch nicht ganz bei Null, weil das ein Prozess ist, der sich trotzdem irgendwie zieht aus der vergangenen Saison in die Neue. Deswegen, ich habe das Gefühl, ich hänge mittendrin in so einem, ja, in so einer halben Baustelle, die noch nicht, die schon so angefangen ist, aber noch auch nicht zu Ende. Und ich weiß noch nicht so richtig, ich kann mir noch, ich kann so mir vorstellen, was es werden soll, aber ich kann mir auch nicht abschließend, also ich habe noch kein Bild vor Augen so richtig. Und an dem Punkt bin ich gerade, deswegen ist es auch, ja, was sie jetzt gesagt, es ist sauschwer gerade. Ja, aber das ist doch ein gutes Beispiel tatsächlich, im Endeffekt, dass die Eintracht gerade in so einem Umbauprozess ist, es ist wie so ein halbes Haus, was du jetzt hingestellt bekommen hast. Und jetzt ist es halt leider blöd, alle Leute, die an deinem Haus jetzt mitgearbeitet haben, sind jetzt erstmal tot. Blöder Unfall ist jetzt halt schon einfach was passiert, was soll man machen? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung, oder was weiß ich, oder haben zu viel Geld, jetzt mal positiv zu formuliert, die haben mit dir jetzt schon zu viel Geld gemacht und die wollen jetzt gar nicht mehr arbeiten. Jetzt hast du da ein halbes Haus. Jetzt weißt du aber, dass das, was der Architekt dir da hingestellt hat, so als Idee, könnte ganz gut sein. Mit den Ersten, die davor das halbe Haus jetzt angefangen haben zu bauen, da warst du jetzt schon relativ zufrieden. Aber jetzt musst du halt wieder Leute suchen, die das Haus für dich weiterbauen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, findest du jetzt die richtigen, ja, und der Einzige, der da noch da ist, ist der Architekt, der schon weiß, wie es laufen könnte, oder ist es halt nicht der Fall? Und das ist eine ziemlich schwachsinnige Analogie, die ich hier gerade mache, von Verren und mich komplett selbst. Aber ich finde es tatsächlich, an dem Grund dessen, dass wir in einer sehr merkwürdigen Saison sind, eine sehr merkwürdige Analogie, die einfach nur sagen will, ja, wir wissen halt nicht genau, wo es hingeht. Und die Frage ist halt, wenn ich dieses Team, was jetzt weg ist, irgendwie vielleicht auch so als Trainer ansehe, der vielleicht irgendwann gehen könnte, das ist halt die Schwierigkeit. Wird es dann mit einem neuen Team, beziehungsweise wird es mit einem neuen Trainer besser? Wird das Haus dann, vielleicht sogar sieht es noch schöner aus, aber dann hast du eine ungerade Haushälfte, die nicht zu der ersten passt? Oder denkst du, hast du ja ein bisschen die Hoffnung, dass es dann trotzdem gleich wird? Und deswegen ist ja auch die schwierige Frage, soll die Eintracht mit dem Trainer weitermachen, bei dem man ja sich aber auch nicht hundertprozentig sicher ist, ob das der richtige Weg ist? Denn, was wir gerade erkennen, wir hangeln uns ja gerade komplett an Kleinigkeiten ab. Also wir sagen, jo, die letzten Unentschieden waren ganz gut, man erkennt eine Offensivsituation, aber es ist ja nicht so, als würden wir jetzt sagen, okay, die letzten fünf Spiele haben wir alles weggerohrt und jetzt sind wir sicher, dass es läuft. Es sind leichte Tendenzen nach vorne und diese leichten Tendenzen nach vorne machen uns natürlich aber auch in der Vorwärtsbewegung, in der Vorwärts-Zukunftsbewegung auch extrem schwer zu sagen, wo geht es genau hin? Deswegen ist es auch sauschwierig, dass die Eintracht gerade überlegt, wie soll ihre Zukunft sein mit dem Trainer, ohne den Trainer, Dino Topmöller, weil die es auch nicht genau wissen, weil im Endeffekt auch ein bisschen wenig gezeigt wurde, um klare Aussagen zu fällen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst und auch was Patricia meint. Man hat so dieses Gefühl, so nach dem Motto, so jetzt ist es irgendwie rum, aber ich habe noch nicht die Antworten bekommen auf die Fragen, die ich vielleicht gestellt habe, vielleicht aber noch nicht mal geschafft habe, tatsächlich irgendwie zu stellen und man hat so den Ausblick, okay, es wird irgendwann demnächst die nächste Phase, die nächste Entwicklungsstufe wird gezündet, aber man ist sich nicht sicher, sind wir denn überhaupt mit dem ersten Abschnitt, den wir irgendwie machen mussten, sind wir da denn tatsächlich überhaupt irgendwie fertig und glauben wir überhaupt daran, dass die Leute, die jetzt diesen zweiten Abschnitt irgendwie planen, diejenigen sind, die da irgendwie die Richtigen sind. Das ist wahrscheinlich einfach gerade sehr, sehr schwierig. Also ich hatte auch gehofft, dass die Saison halt dann einfach rum ist, weil ich sie als sehr anstrengend empfunden habe, aber irgendwie will sich bei mir auch so dieses Gefühl von, naja, die Saison ist jetzt rum und jetzt gucken wir mal die EM und dann steigen wir mal ein in die Saisonvorbereitung für die nächste Saison. Irgendwie lässt sie sich noch nicht so richtig abschließen, die Saison. Ich finde auch, ich teile das Gefühl, das ist wie so ein bisschen, wenn du so eine Aufgabe vor dir herschiebst bis zur Deadline und die ganze Zeit denkst, boah, wann mache ich das endlich und bla bla und am Ende ist es vorbei und du weißt immer noch nicht genau, was jetzt Stand der Ding ist. Jeder hat gesagt, ich bin froh, wenn die Saison vorbei ist, jetzt ist die Saison vorbei. Aber so diese abschließenden Antworten, auf die man vielleicht am 14., am 20., am 25. Spieltag gewartet hat, die sind auch noch nicht gegeben, weil Marvin hat es ja richtig gesagt. Man hat irgendwie so ein bisschen ein positives Gefühl gehabt, gerade mit diesem Abschluss, gerade mit der Aussicht, dass wir vielleicht sogar noch eine Champions League schaffen, aber trotzdem war das auch wieder nur zwar unentschieden. Wo auch Fragezeichen übrig geblieben sind und in dem Bild von Marvin zu bleiben so ein bisschen, ist ja selbst in diesem halben Haus schon ein bisschen Wasser an der einen oder anderen Stelle rausgelaufen. Wo du halt auch nicht weißt, kriegt der das irgendwie noch gestopft oder keine Ahnung. Man kann sich das gut vorstellen, dass das Haus mal geil aussieht, man hat aber auch berechtigte Zweifel auf derjenige, der da gerade dran werkelt, derjenige ist, der da komplett den Überblick hat. Sondern der auch da mal, ja, ja, da läuft gerade Wasser raus, das machen wir schon. Das ist, wenn es hier zu viel regnet, dann kann man da nichts machen. Und du denkst, okay, ja, merkwürdig. Deswegen, ich tue mich auch unglaublich schwer mit irgendwelchen Bewertungen von dieser Saison, weil ich glaube, dass halt auch Teil der Bewertung von dieser Saison nächste Saison erst stattfinden wird. Ja, und da ist ja die Frage, die Marvin in den Raum gestellt hat, und die können wir vielleicht, bevor wir in die nächste Kategorie steigen, hier nochmal kurz irgendwie behandeln. Da ist ja die Frage nach, gehen wir mit dem Trainer den Weg weiter oder muss es da jetzt Veränderungen geben? Also Markus Koscher hat ja in der Pressekonferenz nach dem Leipzig-Spiel auf diese Frage nicht geantwortet, sondern ist ja ja sehr aktiv ausgewichen. Was ich auf der einen Seite nachvollziehen kann, dass man sagt, okay, wir müssen das jetzt halt wirklich einfach mal in Gänze irgendwie beleuchten und uns die Frage stellen, was wollen wir überhaupt und wo haben wir Fehler gemacht und wo müssen wir eventuell nacharbeiten, um dann da jetzt nicht irgendwie Versprechen zu machen, die man nicht halten kann oder halt eben einfach komplett irgendwie jemanden abzuschreiben, obwohl man sich dann in der Beurteilung am Ende eigentlich sogar sicher ist, dass es die richtige Entscheidung wäre, mit dem Trainerteam dann da irgendwie weiterzumachen. Aber jetzt mal so ganz von eurem Gefühl her, wie würdet ihr das denn einschätzen? Macht es aus eurer Sicht Sinn, mit Dino Topmüller als Cheftrainer in der nächsten Saison weiterzumachen? Marvin, wie siehst du das denn? Ja, also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, ja, machen wir. Also das hätte zwei Gründe. Auf der einen Seite habe ich fast ein bisschen Angst, dass wir zu früh die Reißleine ziehen und nicht geduldig genug sind. Ich habe irgendwie in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren bei einigen Vereinen insbesondere tatsächlich so ein bisschen bei den Bayern ganz klar, das ist ja jetzt kein großes Wunder, aber es gab auch den einen oder anderen Verein, der zu wenig Geduld hatte, um zu sehen, wie das Spielsystem des jeweiligen Trainers dann wirklich funktionieren kann. Ja, auch darauf zu warten. Und ich habe das Gefühl, dass wir es jetzt gerade im Ansatz sehen, den Ansatz, den ich hier mühsam beschrieben habe und das zarte Pflänzchen, was ich gesehen habe. Und ehrlich gesagt, bin ich nicht bereit, das jetzt schon aufzugeben, denn, ja, jetzt sind es ein paar Tage, gibt es jetzt keine Saison mehr und langsam stellt sich schon so ein romantisierender Effekt ein. Ja, wie alles, was dann irgendwie aus der Vergangenheit kommt und denkt, ach, das war ja gar nicht so schlecht und so. Und ich weiß, dass wir unfassbar viele beschissene Spiele hatten, wir haben ja da lang und breit darüber gesprochen, die desaströsen Sachen im Europacup, also in der Conference League, auch Saarbrücken und so weiter, das war alles grausam. Aber ich denke, man sollte ihm die Chance einfach noch mal geben, weil ich das noch mal sehen will. Ich will noch mal sehen, mit noch mal einer Vorbereitung. Wir werden ja trotzdem, Patricia hat es ja zu Recht angesprochen, klar, eine Saison oder Sommer, in der es wieder einen Wandel gibt. Aber ich glaube, der Wandel wird nicht so monumental, wie es jetzt letztes Jahr war. Ich glaube, dass wir viele Spieler, allein weil wir uns jetzt auch nicht so krass im Vordergrund gespielt haben, im Vergleich werden bleiben. Wir werden nicht wieder einen monumentalen Wechsel haben, wie bei das Kamada, dass andere Spieler gehen, von denen wir gesagt haben, okay, auch ein Lindström, wir haben Kolomuani verloren, um nur um drei Namen zu nennen, das war ja schon krass. Ich glaube, so auf essentiellen Stellen werden wir jetzt gerade keinen verlieren. Ich glaube, dass wir mit Eketike jemanden richtig dazugewonnen haben. Das Offensivkonstrukt funktioniert immer besser. Und ich will das einfach sehen, mit guten Anpassungen. Und wichtig ist aber auch, dass es diese guten Anpassungen gibt, dass wir zum Beispiel, du hast die Innenverteidigung angesprochen, dass wir im defensiven Mittelfeld jetzt jemanden holen, richtig viel Geld investieren, um einen Leader-Typ zu holen. Ich weiß, die sind so typische Leader oder typische, ja, wie soll ich sagen, Vorrangänger, um es mal so zu sagen, wie ein Groß beispielsweise. Die kosten einen Arsch vor Geld. Muss man aber investieren, wenn man diesen X-Faktor im Team haben will. Weil ich weiß, it's a dying breed, die wird es nicht mehr so großartig geben. Aber da muss ich jeden, der einigermaßen irgendwie das kann, versuchen zu akquirieren. Und dann kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es gut wird. Auch, weil ich keinen Bock hab auf dieses Gelaber, Geseiere von sehr, sehr vielen, die den seit Wochen einfach nur rausschreiben wollen und aber mir noch nicht mal sinnhaft begründen könnten, warum das so ist. Weil da auch sehr, sehr viele einfach, also taktisch überhaupt keinen Durchblick haben. Und dann einfach nur, weil's halt gerade en vogue ist und weil ich irgendwie halt jetzt die nächste Zeile machen muss und meinen nächsten Online-Artikel verkaufen muss und dann den niederschreiben. Ich glaube, wir würden uns ganz schön in den Arsch beißen. Und dazu, warum ich jetzt noch mein flammendes Plädoyer für Topmöller beenden will, ist tatsächlich auch einfach der Blick auf die Alternativen. Denn da haben wir bei realistischer Betrachtung wenig, die komplett dieses Spiel, Ballbesitzspiel nach vorne arbeiten, dieses konsequente nach vorne arbeiten, so andenken und gleichzeitig in unserer Price-Range sind. Und ich glaube, dann wird's halt ein bisschen eng. Und ja, er muss ein bisschen kerniger werden. Er muss weg von seinem Phrasen-Gedresche kommen. Muss tatsächlich auch einfach mal sich ein paar Tage hier zwischen Oberbayern und, keine Ahnung, Konstabler vielleicht mit ein paar Leuten über den Durst trinken und vielleicht mal, wahrscheinlich mal prügeln oder so. Und dann geht's auch wieder. Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss er auch einfach Unterwelt-Events besuchen. Muss er vielleicht mehr zu Mixed Martial Arts und vielleicht in dem ein oder anderen Rap-Video auftauchen. Aber dann kann das schon klappen. Okay. Basti? Gut, dann machen wir mal ein bisschen Debattierclub jetzt hier und ich nehme die Gegenposition ein. Ich fühle das, was Marvin sagt. Und eigentlich bin ich auch kein Freund von vorstellenden Trainerwechsel, weil, wenn wir in dem Bild mit dem Haus wiederbleiben, ist es schon besser, wenn derjenige, der angefangen hat, das zu bauen, das auch zu Ende baut. Weil der weiß ungefähr wenigstens, was wo ist. Und hat auch nicht vielleicht andere Vorstellungen und sagt, nee, ich will aber den Balkon auf die andere Seite und dann musst du erst mal wieder den Balkon abreißen. Also prinzipiell sehe ich das auch. Aber so sehr ich das probiere, mir vorzustellen, umso mehr wehrt sich in mir tatsächlich. Weil wenn wir hier einen Gesamtblick auf die Saison werfen, sprechen für mich fast zu viele Dinge dagegen. Und das Hauptargument, was ich dagegen anführen werde, wie gesagt, ich bin im Debattierclub-Modus. Das heißt nicht, dass das jetzt zu 1000 Prozent meine Meinung widerspiegelt. Das ist jetzt nur so ein Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass Dino Topmüller ein anderer Typ wird. Und ich glaube, dass das das ist, was verhindern wird, dass das funktioniert. Ich glaube, der ist einfach nicht stabil genug einfach. Der ist noch ein junger Trainer. Ich glaube, der wirkte unglaublich fertig am Ende der Saison. Und ich glaube, das, was es jetzt bräuchte, kann die Eintracht nicht mehr schaffen. Weil was es jetzt bräuchte, wäre eine Faktor-World-Kommunikation, dass sie mit dem Trainer weitermachen, dass die authentisch überzeugt sind von diesem Weg und das auch so kommunizieren. Und nicht wieder situativ zurückrudern und sagen, ja, ein bisschen mehr Heavy Metal wäre gut. Oh, guter Punkt. Dann sagt Axel Hellmann mal, ja, das Stadion muss angezündet werden. Also die gesamte Überzeugung muss ich haben. Und da kann ich jetzt auch mich hinstellen und meckern, dann ist es auch egal. Und der Eintracht muss es egal sein, dass die Leute meckern. Und einfach mir zeigen, okay, wenn ihr doch so überzeugt seid, dann verstehe ich gar nicht, warum ihr auch hadert. Dann mach halt, wenn ihr davon überzeugt seid. So diese Zweifel, sich gar nicht anmerken zu lassen, weil ich, bei mir überwiegen diese Zweifel. Weil die Mannschaft teilweise sehr verloren wirkte. Die Mannschaft wirkte nicht wie eine Gruppe auch. Das würde ich nicht nur dem Trainer zuschreiben, sondern auch demjenigen, der den Kader geplant hat. Wir hatten in Frankfurt in den letzten Jahren immer wieder Gangs. Und ich dachte, ey, das sind einfach alles Kumpels und die ziehen durch. Da hat man auch in der Kaderplanung drauf geachtet. Das habe ich dieses Jahr nicht immer gesehen. Das war irgendwie so ein bisschen, wenn es eng wurde, hat jeder irgendwie so auf den Boden geguckt. Da war irgendwie nicht so eine Dynamik drin. Und dann hast du einen Trainer an der Seitenlinie, dem ich es halt nicht abnehme, wenn er so emotional ist. Es gab für mich eine Szene nach der Einwechslung von Rode und Hasebe, wo er selber sich noch mal merkwürdig umdreht und die Fans so anpeitschen will. Das wirkt für mich nicht authentisch. Und ich glaube nicht, dass er das noch reinkriegt. Und mit all diesen skeptischen Dingen, die man in sich treten, auch das Umfeld und auch irgendwie allgemein die Eintracht auch selber, das sieht man einfach auch selber an, dass die nicht einfach den Weg geradeaus gehen und guckt nicht nach links, rechts, wie die Leute unruhend ist, sondern die Eintracht selber guckt teilweise so. Ist das hier wirklich alles irgendwie so stabil? Und der Trainer selber auch. Der hat viele merkwürdige Umkehrungen gemacht. Der hat dann junge Spieler eingesetzt, von denen man wusste, dass die langfristig keine Rolle spielen werden, nur um zu sagen, dass er junge Spieler einsetzt. Und so weiter und so fort. Also es gibt viele Dinge, wo ich sagen würde, ich bin mir nicht sicher, ob Topmöller es in diesem aufgeheizten Umfeld Frankfurt schaffen kann, sich da in Ruhe zu entwickeln. Ich glaube, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, diese Aufgabe, die Eintracht Frankfurt ist, die ist schwierig. Weil die Eintracht ist gerade so auf dem Step zu sagen, okay, wir etablieren uns da in so einer spitzeren Gruppe, in einer weiteren Spitzengruppe. Ich glaube, die Aufgabe ist zu groß. Und das ist das Gefühl, was bei mir so ein bisschen übrig bleibt, um jetzt mal einen Kontrapunkt zu setzen. Also es ist nicht nur sein Fehler, aber er ist halt derjenige, der diese Dinge halt abkriegt. Und der diese Dinge auch an gewissen Stellen auch nicht auffangen konnte. Und ich weiß nicht, ich kann mir keinen, warum sollte der plötzlich andere Plk's geben? Der ist halt so. Und das ist auch okay, wie er ist. Es ist ja nicht so, dass ich sage, was ist denn hier jetzt für ein Arschloch hier in Frankfurt? Den will ich nicht. Also wir haben ja nicht hier Pelle Wollitz sitzen, wo ich denke, ich hoffe, der macht den Mund nicht mehr auf. Sondern der ist ja okay, der Typ. Der ist super. Aber es ist mir ein bisschen zu dröge. Dabei bleibe ich. Und ich glaube auch nicht, dass man das auf authentische Art und Weise drehen kann. So, weiß ich nicht. Also dann gehen die ersten zwei Spiele wieder unentschieden aus. Und dann renne ich aber heulend aus dem Stadion. Also, keine Ahnung. Es bleibt schwierig. Wie gesagt, wahrscheinlich ist mein wirkliches Empfinden so in der Mitte. Ich wollte jetzt nur mal so ein bisschen in den Debattierklub einsteigen. Ich kann die Punkte aber vollkommen verstehen. Und das sind auch die, die mich immer wieder so ein bisschen nachdenklich machen. Genau das, was du aufgeführt hast. Dino Topmüller ist wahrscheinlich, ich habe mir nie persönlich getroffen, ein super Typ, der, glaube ich, ist nur Wahrnehmung von außen, die ich jetzt irgendwie haben kann und von irgendwelchen Infos, die man immer mal wieder irgendwie hört, der, glaube ich, schon einfach Fußball lebt und atmet, der aber halt jetzt auch nicht dieser super kommunikativ extrovertierte Typ irgendwie ist. Den kannst du nach einer Taktik fragen und dann zeigt er dir 15 verschiedene Varianten, wie du da irgendwie aufstellen kannst. Und ich glaube, das ist genau dieses Problem, was man eigentlich hätte ein Stück weit, als man den Trainer ausgewählt hat, sehen müssen und auch irgendwie entsprechend agieren müssen. dass er halt, wie du hast die Pressekonferenzen angesprochen, nicht derjenige ist, der das super kommunikativ nach außen verkaufen kann. Wahrscheinlich auch in Richtung Mannschaft mit seiner Art und Weise, die, ich bleibe dabei, hochfachmännisch ist, da auch schwierig zu übersetzen ist. Also man hätte von Anfang an da irgendwie was tun müssen mit irgendwie einem, weiß ich nicht, erfahrenen Co-Trainer oder irgendeinem Bindeglied zwischen Trainer, Fans, Mannschaft, whatever. Das kann man wahrscheinlich auch irgendwie jetzt noch installieren. Nur dieser Kredit, den man für diese Hütte da irgendwie aufgenommen hat, um mal in eurem Haus Beispiel zu bleiben, diesen Kredit, den man da aufgenommen hat, der ist so unwahrscheinlich hoch, dass man es sich, glaube ich, nicht wirklich leisten kann, jetzt irgendwie noch zwei Jahre irgendwie jemanden haben, der dieses Haus irgendwie akkurat mit der kleinen Spachtel da irgendwie hinzimmert und hat dann nachher dieses riesen Kunstwerk stehen, sondern man ist halt einfach darauf angewiesen, da jetzt mit der groben Kelle dran zu gehen, damit das Ding einfach in einem Jahr steht, damit du da halt auch einen gewissen Ertrag rausziehst. Also ich glaube, diesen Kredit, den Dino Topmüller da mitnimmt, der ist zu groß und ich sehe genau das, was Basti auch meinte. Wenn die ersten zwei, drei Spiele in die Binsen gehen, selbst wenn man jetzt sagt, wir bleiben bei Dino Topmüller und ich fände es, glaube ich, auch persönlich die richtige Entscheidung, aber wenn die halt einfach in die Binsen gehen, dann ist das Rumoren rundherum so dermaßen laut, dass du es nicht ignorieren kannst und dann haben wir die komplette Vorbereitung weggeworfen. Ja, das ist genau diese Schwierigkeit. Ich habe da jetzt auch, also ich bleibe auch hier in dem Modus, dass ich es nicht weiß. Ich sage es ganz ehrlich, also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich wundere, beneide niemanden, der diese Entscheidung jetzt treffen muss. Es ist aber auch schade, dass es überhaupt so ist. Wir haben jetzt irgendwie so, dann nachdem Glasner gegangen war, war es ja so, dass man letzten Sommer diese Lage ja schon irgendwie beruhigt bekommen hat. Also man hat sich ja schlimmer vorgestellt so, Publikumsliebling Glasner geht, in einer merkwürdigen Konstellation, wo man auch nicht genau wusste, was ist jetzt hier das Wichtige. Ich glaube, derjenige, derjenige in Anführungszeichen, wer das mitentscheiden muss, ist auch ein bisschen die Mannschaft, die nächstes Jahr noch da ist. Weil er da glaube ich auch schon viele Fürsprecher hat. Also ich glaube schon, dass er einen persönlichen Draht zu gewissen Spielern schon sehr hat und auch den sehr weiterhelfen kann und da auch sehr verständnisvoll sein kann. was halt auch von Vorteil sein kann, als ein Trainer, der vielleicht mit den Spielern gar nicht mehr redet. Bei Glasner hat man ja gehört, dass er mit manchen Leuten dann gar nicht mehr gesprochen hat. Bei Hütter gab es ähnliche Storys, also da ist ja schon bei Toppen ein Fortschritt zu erkennen. Gleichzeitig, ich will noch auf einen Punkt ab, aber ich will erst noch mal hören, was Patrizia zu sagen hat. Ja, ihr habt schon sehr, sehr viel gesagt. Deswegen, ich glaube, ich greife einfach eure Punkte auf und sage, bei welchen nicht mitgehe. Ich bin da bei Marvin, was die Tendenz angeht. Ich glaube, ich würde mit ihm weitermachen, auch wenn mein größter Zweifel der Punkt ist, den jetzt Basti und René angesprochen haben. Also, für mich persönlich spielt der Typ Trainer tatsächlich keine Rolle. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die irgendwie wollen, dass der Trainer sie mitreißt, dass der irgendwie was hat. Klar, Toppener ist eher, ja, ich weiß nicht, ob er unbedingt introvertiert ist, aber er ist halt jetzt auch kein, er ist kein Entertainer und er ist auch kein krasser Menschenfänger jetzt auf irgendwelchen Pressekonferenzen. Das ist so. Das finde ich persönlich aber erst mal nicht schlimm, wenn es denn sportlich reicht. Und da ist halt der Punkt, das kann ich ehrlich gesagt seriös jetzt nicht einschätzen. Das war jetzt eine Saison, die irgendwie so ein Auf und Ab war und so ein Unentschieden, was wir jetzt schon gesagt haben. Die ganze Sendung handelt von, wir sind irgendwie unentschieden. Deswegen finde ich das so schwer einzuschätzen. Wie sieht es sportlich aus? Von daher, der Typ spielt für mich an sich keine Rolle, aber meine Frage ist, fasst er in Frankfurt noch mal Fuß, was, ja, das ganze Umfeld angeht. Also auch schon Kröscher hat sich, finde ich, sehr kritisch jetzt am Ende geäußert. Also dieses kein klares Bekenntnis abgeben ist wahrscheinlich vielleicht sogar richtig, wenn man, ja, selbst intern unentschlossen ist, wenn da jetzt vielleicht noch Gespräche anstehen. Aber ich finde, das ist schon sehr harsch gewesen. Dann die Presse, finde ich ziemlich wild, ehrlich gesagt. Finde ich zum Teil auch wirklich sehr hart. Und das, vor allem bei den Fans halt. Also ich habe das Gefühl, Topmöller kann, egal was er jetzt macht oder sagt, er kann es nicht mehr recht machen. Und ich finde, das ist so ein gefährlicher Punkt, dass er jetzt so ein bisschen mit dem, ja, gegen die Wand steht. So, er, ich finde es halt schlimm, weil zum Teil sagt er Dinge, die hätten vielleicht andere Trainer gesagt und alle hätten den Trainer dafür abgefeiert oder gesagt, nee, da hat er recht. Aber wenn Topmöller das sagt, ist es gleich. Aber ja klar, dass sowas von Dino kommt, was labert er und so. Von daher, ja, weiß ich nicht, wie. Ich finde ehrlich gesagt, ganz so, ich finde ehrlich gesagt, dass er das sich selber zuzuschreiben hat. Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob man sich da reingesteigert hat. Also wenn, wenn ich den sehe, wie er nach dem Köln-Spiel, nach dem Köln-Spiel auswärts mir erzählen will, was für positive Aspekte er da gesehen hat, dann muss ich fragen, ob der sind noch alle hart. Das tut mir leid. Das stimmt. Ich finde auch, ich fand es kommunikativ nicht stark. Also die ganze Saison nicht, aber vor allem nach so. Das, was du gerade beschrieben hast, das kommt ja daher. Das ist ja, keiner sitzt hier zu Hause und denkt, ich habe jetzt Bock, den Topmöller zu mobben, sondern das kommt ja woher. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, Hass drauf entwickelt beziehungsweise die haben, was heißt Hass? Ich glaube, viele Leute haben das, den Trainer als das Problem identifiziert, was ja sein kann. Ich kann es seriös jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber die wollen, glaube ich, einfach diesen Wechsel haben und es ist jetzt auch egal, was er macht und sagt. Ich glaube, die wollen einfach jetzt einen Wechsel auf dieser Position und deswegen kann er auch gar nichts mehr rumreißen für viele. Ja, ich will mal ganz kurz reingehen und weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, aber Basti hat es auch schon angerissen. Am Ende haben wir eine Schwierigkeit und darüber reden wir und die kriegen wir nicht weg und zwar ist es die Tatsache, dass er angezählt wurde, dadurch, dass es kein klares Statement gab und man auch nicht und Krösche jetzt auch nicht so abgewiegelt hat, dass er gesagt hat, ach hier, das ist ganz relaxed, wir feuern erstmal Platz 6 und alles andere, dann machen wir uns später Gedanken. Also es war auch kein souveränes, ach hier, jetzt ist mal gut. Die hätten ja trotzdem noch drüber nachdenken können, ob es weitergeht und die hätten auch zu der Entscheidung kommen können, es geht nicht weiter. Aber dadurch, dass halt dieser Druck aufgebaut wurde, dadurch, dass es eine Vermeidung eines klaren Statements so offenbar war, also guckt ihr an, wie andere das machen, die sagen auch die ganze Zeit, nö, nö, ist alles gut und einen Tag später ist der Trainer gefeuert, wurde zusätzlich auch Öl ins Feuer gegossen und ich glaube, das ist eine Situation, die für ihn total, total problematisch ist und mit der er sich gar nicht mehr so richtig freischwimmen kann. also das spricht natürlich dagegen, dass ich gegen meinen Pläurei, dass er bleibt, ist aber eine realistische Betrachtung, die halt Komplikationen mit sich bringt und ja, Basti, ich verstehe, dass du sagst, diese Kommunikation grundsätzlich, diese Kommunikationsdefizite, die hat er sich zuzuschreiben, das ist durchaus richtig, das ist aber nicht nur sein Defizit, sondern das ist ein dauerhaftes Defizit, der Eintracht, auch nicht genau darauf zu achten, denn eigentlich hätte man klar sagen müssen, nee ey, du sagst jetzt nicht irgendwas mit Heavy Metal Fußball und so eine Scheiße und ich halte mich als Krösche auch mal zurück und dann, damit ich dann hier diesen, ja, den Aufriegeler nach außen gebe, wenn ich genau weiß, dass wir eigentlich einen langsamen Aufbau, einen Ballbesitzaufbau, äh, Ballbesitzaufbau Fußball machen, der halt genau Heavy Metal Fußball nicht ist und genau darüber müssen die sich aber auch mal Gedanken machen und im Endeffekt ist das auch Teil dieser Problematik, die nicht nur an seiner schwachen Durchhaltekommunikation, äh, ja, zu sehen ist, sondern tatsächlich auch darin, dass das, dass der Eintracht da kommunikativ die ganze Saison sehr, sehr schwach war und am Ende die Schwierigkeit bereitet hat, dass egal, wie es jetzt läuft, entweder hast du einen angezählten Trainer, der weitermacht und immer angezählt bleiben wird oder du beendest das und musst dir trotzdem die Frage fallen lassen, werdest aber auch mit, mit, äh, den Topmöller ganz gut weitergegangen. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, die letzte Pressekonferenz würde ich nochmal anführen, als, das war ja authentisch, die letzte Presse, also von wegen, den Topmöller kann ich jetzt nichts mehr richtiges sagen, das finde ich nicht. Ich finde, die letzte Pressekonferenz war die erste, wo man dachte, ja, gut, sag doch was mit dir ist. Also, ich finde schon, dass er das auch kann und hat es halt die ganze Zeit nicht gemacht und ich bin weit davon entfernt, mich auf ihn einzuschießen. Ich habe ihn in der Hinrunde immer verteidigt, weil er keinen Stürmer hat und bla bla. Auch, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Ich konnte es wirklich nicht mehr hören und wollte das nach dem Spiel auch gar nicht mehr wissen und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie dann den Trainer weghaben wollte, sondern es lag daran, weil ich wusste, was er sagt. Und am Ende war es teilweise sogar, dass man Bingo spielen konnte auf der Heimfahrt von irgendwelchen Auswärtsfahrten und dann hat das auch meistens sogar noch gestimmt. Das stimmt, ja. Ich meine auch gar nicht dich in dem ganzen Sinne, glaube ich, weil ich ja das Gefühl habe, du gibst ihm ja dann auch Chancen, dass er jetzt irgendwie nochmal was anderes, wenn er was anders sagt oder wenn er was Gutes sagt, dass du das dann auch so anerkennst. Ich saß auch oft vor meinem Laptop, habe mir die PKs angeschaut und habe mir gedacht, Junge, das ist halt wirklich eins zu eins das, was ich jetzt vor der PK gesagt habe, was er sagen wird und der spult halt irgendwie einfach eine Platte ab. Klar, dass das nicht stark ist, aber ich habe halt, um auf den Punkt zu kommen nochmal, das ist wirklich mein größter Zweifel, weshalb ich, ja, was heißt Angst habe, aber Zweifel habe, ob das hier noch funktioniert und es ist gar nicht das Sportliche an sich, obwohl das natürlich jetzt auch nicht komplett zufriedenstellend war. Das müssen wir auch sagen. Es waren relativ wenig Punkte. Ich muss sagen, die ganze Bundesliga war mal wieder enorm schwach unterwegs. Du hast irgendwie 47 Punkte geholt, bist Sechster geworden. Du bist nie von diesem sechsten Platz abgerutscht, obwohl es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, in anderen Saisons wärst du durchgereicht worden, irgendwie bis Platz 10, 11. Wir haben Saisons gespielt, da hatten wir mehr Punkte und sind auf Platz 8 gelandet. Ich glaube, das zeigt, wie sehr andere Mannschaften auch mit sich selbst zu kämpfen hatten in dieser Saison. Von daher, sportlich war natürlich nicht alles top. Glaub aber auch nicht, dass man jetzt die allergrößten Argumente nur sportlich hat, ihn rauszuwerfen, weil man hat im Endeffekt trotzdem irgendwie die Ziele erreicht, auch wenn es nicht komplett zufriedenstellend war. Und man steckt, wie gesagt, immer noch in diesem großen Umbruch. Und da ist mein anderes Argument, dass ich nicht weiß, wie sinnvoll ist es jetzt, wieder den Trainer rauszureißen und da was Neues anzufangen. Weil dann fängt, ich glaube, René hat es auch gesagt, dann fängt das ja schon wieder von vorne an. Dann kommt vielleicht ein neuer Trainer mit anderen Vorstellungen, der irgendwie doch anderes Spielermaterial will und wirft wieder alles um. Das kann natürlich schnell funktionieren. Wir hatten auch in vergangenen Saisons das Glück, dass sich das recht schnell eingependelt hat. Und dann irgendwie zu Erfolgsgeschichten geführt hat. Es kann aber auch eben anders sein. Und ich weiß es nicht. Viele sagen ja, naja, es kann ja nur besser werden. Das glaube ich nicht. Es kann tatsächlich auch schlimmer werden. Und ich weiß nicht. Ich finde, das ist ein Risiko. Und ich weiß, ich bin unentschlossen, ob wir das jetzt gehen sollten. Andererseits, wenn es halt nicht funktioniert, wenn wir dann irgendwie nach vier, fünf, sechs, sieben Spieltagen merken, scheiße, das wird nichts, dann einen neuen Trainer finden, ist auch immer kacke. Also mitten in der Saison. Von daher, ich finde es schwierig. Tendenziell bin ich aber trotzdem irgendwie, ich glaube, ob dieses großen Risikos und dass du jetzt nicht sportlich die allergrößten Argumente dafür hast, ihn jetzt rauszuschmeißen, glaube ich, tendiere ich dazu, dass es weitergehen wird. Aber wir sind halt in einer Scheißsituation, sagen wir, wie es ist. Also es wird so oder so immer Diskussionen geben jetzt. Das ist genau das. Die einzige Möglichkeit, Marvin hat es ein bisschen angerissen schon, die einzige Möglichkeit, die du jetzt hast, ist Kommunikation. Du musst halt von dieser Sache selber überzeugt sein. Wir müssen das nicht. Bis zum ersten Spieltag kann ich zweifeln, es ist völlig egal, was ich zweifle. Die Leute, die du angesprochen hast, die sich auf den Trainer so eingeschossen haben, wo du ja recht hast, wo der machen kann, was er will, auch im Spiel, die lasten dem ja selbst jede Schiedrichterentscheidung gegen die Eintracht, lasten die Top-Melle an und bla bla bla. Das ist auch, das ist egal. Die Eintracht muss doch da sitzen und sagen, okay, das, was wir uns vorgenommen haben im Sommer, hat zu größten Teilen funktioniert mit einigen Dingen, die müssen wir justieren, aber wir ziehen es jetzt durch und das kommunizieren wir auch. Wenn die mir eine Zuversicht ausstrahlen würden, dann würden meine Zweifel sich ja auch gar nicht so nähern. So, es ist doch, die Zweifel, die entstanden sind, sind doch, weil man die Zweifel bei denen selber auch gemerkt hat. Ja. Weiß ich nicht. Wenn du halt irgendwie merkst, keine Ahnung, du hast einen Teamleiter bei irgendwas, wenn der die Richtung vorgibt und du merkst ja plötzlich, so sicher ist der sich auch nicht, dann fängst du auch an zu überlegen und sagen, wie, du bist ja auch nicht sicher oder was. Also so, keine Ahnung. Also, wenn derjenige, der sagt, ich weiß, wo es lang geht und hier Google Maps in der Hand hat, irgendwann an der Ecke stehen bleibt und denkt, eigentlich sollte jetzt wieder an der Ecke das Café sein und du denkst, ach ja, okay. dann hole ich vielleicht auch dann irgendwann mal das Handy raus und die Eintracht muss es doch wissen. Ja, da muss es wissen und die Eintracht muss kommunizieren. Da hat Marvin recht. Dann darf Kröscher wenn ich mitten in der Saison anfange und sage, ich will jetzt aber ein bisschen heavy metal haben und dann, keine Ahnung, und Toppener dann sagen, ja gut, aber der Sturm ist halt auch ein bisschen drin. Die müssen das intern klären und im Sommer müssen alle, Hellmann, alle, die da sind, müssen sprechen und sagen, okay, das ist der Weg und den gehen wir mit aller Entschlossenheit und zusammen. So und nicht irgendwie, wie es beim FC Bayern ist, ja, es gibt interne Zweifel und blöö, nix. Die müssen ausgeräumt werden und dafür fehlt mir halt die Fantasie mittlerweile, weil da schon sehr viel aufgebrochen worden ist, was, wenn du es jetzt ändern würdest, auch nicht mehr authentisch wirken würde, weil Dino Toppener hat recht, der muss gar nicht der Typ sein, den ich mir vielleicht wünschen würde, aber wenn er es nicht ist, muss er erfolgreich sein. So, das ist der einzige Weg, den er noch hat. Er ist kein charismatischer Trainer, dem du auch eine Niederlage irgendwie verzeihst, weil er halt irgendwie, ja, trotzdem irgendwie eine Mannschaft auf den Platz gestellt hat, die alles gibt und 60 Mal den Pfosten getroffen hat. Nee, der stellt eine Mannschaft auf den Platz, die keine Torchancen erspielt. Der erzählt mir nach dem Spiel, was alles gut gelaufen ist. Der sitzt da wie eine Schlaftablette und ich denke, dass ich den einfach umschubsen kann. Und das sorgt bei mir dafür, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Und all das, was du gesagt hast, von wegen, dann schenken wir noch eine Sommervorbereitung. Mein Gefühl abschließend, der Ziel aus der Diskussion ist, das ist eine 51 zu 940 Entscheidung, aber ich glaube, dass du eine unpopuläre Entscheidung treffen musst und den rauswerfen. Ist sie so unpopulär? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die unpopulär ist, weil klar gibt es, ich glaube, wir bewegen uns auch viel von dem, was wir diskutieren, im Internetniveau, weißt du? Ja, das stimmt. Ich meine, du machst auch viel mit Social Media, bei Fußball 2000, Kommentare hier, Instagram, bla bla bla. Das ist halt trotzdem nicht das Stadionpublikum, wo es ehrlich gesagt nicht einen Topmüller-Rausruf gab. Es gab vereinzelten Pfiffe über die Spielweise, weißt du, also im Stadion live hast du nicht unfassbar viel Unmut gegenüber Topmüller wahrgenommen, finde ich. Es gab nicht ein einziges Plakat, es gab nichts. All das findet auf Social Media statt. Das ist für mich trotzdem nochmal eine andere Baustelle. Ja, ist richtig. Was man auch einordnen muss, von wegen 100 Leute schreien und 50.000 sind im Stadion. Ja. So, also ich glaube, dass die Entscheidung allgemein, wenn ich auch bei 390 zum Beispiel mit den anderen rede, die sagen, ja was wollt ihr denn, die seit 6? Ich glaube, dass sie überregional unpopulär ankommen würde, weil man denkt, das ist ein junger Trainer, das ist ein Umbruch, der ist 6. Also du kannst unglaublich viele Argumente für Topmüller anführen. Aber ich glaube, dass man das machen muss. Unpopuläre Entscheidungen treffen, so wie Mainz es damals vielleicht gemacht hat mit Jörn Andersen, wo die sagen, ja, haben wir uns anders vorgestellt, auch wenn wir aufgeschrieben sind, gib ihm. Das ist so meine Tendenz. Aber selbst die ist egal. Das ist einfach nur mein Empfinden. Ich glaube, dass man hier diese unpopuläre Entscheidung treffen muss und sagen muss, ja, viele werden es vielleicht nicht verstehen. Aber am Ende haben wir uns das anders vorgestellt und Eintra Frankfurt braucht halt einfach einen Trainer, der die Leute mitnimmt und die Mannschaft mitreißt und irgendwie dieses Umfeld wieder anzündet als, keine Ahnung so, ich weiß es nicht. Es ist doch trotzdem eine Saison, wo viele Leute nicht viel gefühlt haben und das liegt halt mit an den verantwortlichen Punkt und das muss in irgendeiner Weise korrigiert werden oder, und nochmal, das ist die nächste Ausfahrt, wenn es weitergeht mit Topmüller, wofür es genug Argumente gibt, dann musst du das in eine Entschlossenheit machen, die halt einfach diese Skepsis, die unter anderem ich habe und aber auch die andere haben, abperlen lässt. Ja. Die müssen sich da so ein bisschen Teflon erarbeiten, wenn sie das wirklich machen. Und das ist der Punkt, den ich halt momentan nicht sehe, weil ich glaube, man hat einfach in dieser Saison A zu viele Baustellen gehabt und an zu vielen Stellen dieses Teflon, was man da schon hatte, irgendwie runtergekratzt. Also da sind mir einfach zu viele Dinge, wo ich nicht glaube, dass da gerade auf allen Ebenen, die es bräuchte, diese Einheit irgendwie da ist. Da hattest du diese Diskussion zwischen Hellmann und Holzer, die dann da irgendwie zwar dann beendet wurde, aber Holzer verlässt ja jetzt dann den Aufsichtsrat. Das ist ja jetzt auch nicht, weil man irgendwie sich komplett einig ist und da gemeinschaftlich irgendwie da steht, sondern da ist ja auch irgendwie, gibt es ja Gründe für. Dann hattest du den Wechsel des Präsidenten im e.V. weg hin von einem, von der Person, die auch immer sehr klar in ihren Aussagen war, hin zu einem neuen Präsidenten weg, wo ich nach einer Stunde Interview im HR immer noch nicht weiß, was will dieser Mensch. Ja, Widerspruch. Sorry, muss ich mal ganz kurz rein. Denn am Ende, was wollt ihr denn? Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch alles bereinigt. Natürlich ist der neue Präsident kein Charisma-Feuerwerk. Dass du aber nach der Ära Fischer nicht den nächsten charismatischen Hypergiganten bekommst in einem Verein, der auch alle mitnimmt, ist auch klar. Das dauert. Guck dir doch die ganzen Leute an. Da ist der eine mehr charismatisch, der andere weniger. Der andere ist charismatisch und hat aber keinen Bock auf die Verantwortung. Da macht es jemand, der grundsolide aussieht. Der sieht aus wie ein guter Handwerker, der auch mal vielleicht mal ein Bierchen trinkt oder sowas. Aber ein grundsympathischer Kerl. Diese Transition haben wir doch gut hinbekommen. Also das müssen wir doch positiv nehmen. Und jetzt tatsächlich, klar, du sprichst diese Holzer-Sache an, aber tatsächlich ist es so, dass das Thema doch jetzt auch bereinigt ist. Also da ist doch jetzt kein schwelender Konflikt mehr. Krösch hat auf der einen Seite zwar jetzt erstmal einen langen Vertrag, aber auch, ich glaube auch, dass Hellmanns Position dadurch gestärkt ist, dass das jetzt Holzer weg ist. Und die können sich in die Augen sehen, das ist auch in Ordnung. Da wird jetzt auch keine schlechte Wäsche mehr gewaschen, dreckige Wäsche, sondern da ist ein Haken dran. Das heißt, das sind zwei gewichtige Haken, die dran sind, was ich nicht als selbstverständlich erachtet habe. Und dann kommt noch die Tatsache, ich habe eigentlich ziemlich sicher gedacht, dass es in dieser Saison das letzte Mal für eine ganze Weile ist oder zumindest für ein, zwei Jahre, dass wir dann europäisch waren. Ich habe eigentlich gedacht, okay, nach der Conference League, da habe ich ehrlich gesagt in meiner, wie soll ich sagen, ein bisschen Naivität auch gedacht, ach naja, das ist so ein bisschen das Ende der Herrlichkeit. Wir haben so lange Europa mitgemacht, wir haben alle Wettbewerbe kennengelernt, wir haben alles mitgenommen und jetzt ist irgendwie mit diesen erbärmlichen Spielen gegen Jose Lois, gegen Aberdeen, etc., etc., ist das jetzt der finale Punkt. Und die haben mich eines Besseren belehrt. Natürlich haben sie mich eines Besseren belehrt, weil auch die restliche Bundesliga-Scheiße war, aber wir waren halt die weniger Beschissenen von den komplett Beschissenen. Dann ist es doch auch in Ordnung und dann sind wir trotzdem wieder europäisch dabei und nicht in der Tournschuh-Conference-League, sondern immerhin in der geilen Europa-League, die wir gut kennen. Das heißt, also man kann auch das ein bisschen geiler verkaufen und dann sagen, ja, nee, against all odds, wir haben es trotzdem wieder geschafft und das mit dieser ruckeligen Situation und wir werden es nächstes Jahr besser schaffen. Also es gibt, du kannst genau diese Punkte auch ins Positive verkehren, weil die Eintracht es geschafft hat, nicht komplett dem Boulevard Tür und Tor zu öffnen für kontroverse Situationen bezüglich Holzer und Hellmann, sondern am Ende, genauso übrigens auch bei Fischer, am Ende mit aller Gesichtswaren gehen sie raus und der Käse ist gegessen, jeder kann sich in die Hände gucken, nicht nur in die Hände gucken, sondern in die Hände schütteln und in die Augen gucken und im Endeffekt gehen wir jetzt in eine Saisonpause und sagen, naja, wir gucken, was da passiert und alles, über das wir reden, ist der Trainer, aber ansonsten läuft's, also insofern ist es auch gar nicht so schlimm. Ja, vielleicht sehe ich das tatsächlich einfach irgendwie zu kritisch, da hast du schon recht. Ja, Marvin hat einen Punkt, ich meine, man kann nicht wegdiskutieren, dass es einige Verschiebungen gibt und geben wird auch noch, aber dafür, dass die so monumental sind, sind die schon einigermaßen moderat reingeslidet, also das ist schon okay so und ich weiß auch gar nicht, ob ich, wenn ich sage, der Verein muss mit einer Stimme kommunizieren, alle meine, also es ist mir klar, dass auf anderen Ebenen noch Dinge stattfinden werden, es gibt einige Baustellen, die bei der Eintracht noch anzugehen sind, aber ich meine, wir waren ja jetzt beim Trainer und zumindest da kannst du das herstellen, also dass diejenigen, die da in Verantwortung sind, die Probleme ausarbeiten. Man hört ja scheinbar an und dass irgendwie die Co-Trainer jetzt scheinbar auch irgendwie in die Kritik geraten sind und so weiter, also es gibt ja diverse kleine Brände und die Eintracht ist die Einzige, die Eintracht selber sind die Einzigen, die die löschen können. Die Fans können brüllen, wie sie wollen, da kann jeder Experte sein, wir können hier uns einen ablabern. Alles nicht ich eigentlich. Eigentlich muss die Eintracht das wissen und ich bin sehr gespannt, wie die Eintracht sich entscheidet. Aber wenn sie sich entscheidet, dann muss sie das straight machen. Das ist der einzige Wunsch, den ich momentan habe. So ein bisschen die Klarheit, die ich selber nicht habe, muss die Eintracht dann halt liefern. Einfach so. Und Topmüller auch. Topmüller auch. Der muss auch da sitzen und mir sagen, ja, ich habe Bock da drauf. Klar war ich am Ende der Saison fertig, aber ja Leute, warten mal ab, bis das hier, was sich hier vorab zündet und dann kann er sich grinsend vor alles stellen und sagen, Pam, Pam, mal der Tiki-Taka Eintracht, die Eintracht spielt den besten Fußball ever. Das muss er aber doch machen. Kann ich doch nicht. So, was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nichts machen. Er muss das machen und er muss die Überzeugung haben werden und gleichzeitig muss der Kern der Mannschaft da auch fein mit sein. Aber das sind ja auch alles keine unmöglichen Dinge, das rauszufinden. Also ich glaube, Druck sind wir hier rum und wir sammeln Argumente pro und kontra und bla. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so schwer ist, das rauszufinden, zu sagen, okay, ja, gib ihm. Wir haben jetzt so und so viel Cash noch zur Verfügung. Wir haben die und die Lücken im Kader, die der Trainer auch selber identifiziert hat in der täglichen Arbeit und der Sportdirektor übrigens auch, der kommt mir auch immer jetzt kurz. So, Timo Hardung, wo bist du denn eigentlich? So, eigentlich ist er jemand, über den man auch mal sprechen müsste. Wo bist du denn? Ja, ist so. Nein, wo ist er? Weil am Ende reden wir immer über Krösche. Krösche ist Sportvorstand. Der muss eigentlich einen größeren Blick auf die Geschichte haben. Eigentlich ist doch Timo Hardung derjenige, der dieses Bindeglied zwischen höherer Ebene und Trainer Ebene ist, der auch beim Kader mitsprechen kann und so weiter. Vielleicht muss der auch mal so ein bisschen an Profil gewinnen, um da so ein Vakuum zu erfüllen, was Krösche vielleicht gar nicht erfüllen kann, weil er ja eher ein Gesamtbild hat. Also, wir behandeln ja Krösche auch oft wie einen Sportdirektor und sagen ja, aber was ist denn jetzt? So rücken wir an die Mannschaft. Da ist ja aber noch jemand. Also, da ist ja jemand mit Timo Hardung, der da auch in Verantwortung gehört und der, ja, nicht unfassbar präsent da jetzt war oder sich irgendwie ein Profil gegeben hat, was in irgendeiner Weise greiftbar ist. Korrekt, ja. Ja, das kannst du selber machen, ehrlich gesagt. Es gibt zu dieser Thematik auch keine klare Aussage. Also, es gibt nicht, es gibt nicht das, was Patricia vorhin gesagt hat, das ist richtig. So, jener, der jetzt sagt, Hoppenweiler muss auf jeden Fall aus, das stimmt halt nicht und jemand, der aber auch blind sagt, Hoppenweiler ist der beste Trainer, das stimmt halt auch nicht. Und genau in dieser Gemengelage muss man jetzt abwägen und das muss die Eintracht selber machen. Und ich sage es jetzt zum achten, das ist mal am wichtigsten ist, wie das kommuniziert wird und wie man das auch lebt. Und das muss drin sein, dass die Eintracht es wieder schafft, das hat sie in der Vergangenheit auch geschafft, da mit einer Stimme zu sprechen und ich glaube, diese eine Stimme, die sorgt auch dafür, dass diese Zuversicht in allen Teilen dieser kompletten Organisation dann wieder da ist. Ja. Gut. So ähnlich wie die Eintracht es geschafft hat, hier ganz smooth Dinge irgendwie reinsliden zu lassen, will Patricia eigentlich schon seit einer halben Stunde hier ganz smooth irgendwie rausliden. Korrekt. Von daher habe ich dir jetzt die Tür geöffnet. Du darfst jetzt durchgehen oder du bleibst noch eine Runde hier und gehst mit uns noch durch zwei weitere Kategorien, die ich noch im Zettel habe. Nee, ich gehe durch die Tür und bin gespannt. Ich höre mir dann rückwirkend an, was ihr sonst noch so bewertet habt und wie ihr das bewertet habt und wünsche euch noch ganz viel Spaß und bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielleicht kommen wir sogar durch die beiden Kategorien, die ich habe hier noch ein bisschen schneller von, weil ich glaube, zu der, die ich jetzt nehmen würde, haben wir ja sehr viel nämlich schon gesprochen. Die Kategorie hat den wunderbaren Titel Frankfurt makes heavy trouble und hat den Untertitel Kommunikation. Da wäre nämlich die Frage, wie bewertet ihr die Kommunikation der Eintracht in dieser Saison? Ich glaube, das geht relativ einfach, weil da haben wir jede Menge Argumente in den vergangenen 20 bis 30 Minuten schon aufgeführt. Marvin, was wären da so deine Punkte? Also, Kommunikation zu den Fans im, jetzt sagen wir mal, Bereich Social Media, wie man aufbereitet hat, dass Leute sich verabschieden, wie Hasebe oder auch in Rode. Das ist mir zuletzt sehr positiv aufgefallen. Das will ich hier nochmal deutlich rausstreichen. Das war ganz cool. Das war irgendwie auch nahbar. Da hat man sich viele Gedanken gemacht, hat Einzelvideos gemacht, hat irgendwie Leute mitgenommen. Also, das hat für mich ein, das hätte für mich, ja, so 70, 75 sogar bekommen. Also, dieser Bereich. Wenn wir aber in der sportlichen Kommunikation uns befinden, also fernab des Fantums, über die sportlichen Ziele, sportlichen Dinge und auch gleichzeitig so über diese Transfersituation sprechen, und gleichzeitig natürlich aber auch immer diese, ja, die Dino-Sache, die Pressekonferenzensache im Blick haben, ja, da muss ich dann leider auf, ja, ernüchternde 40 Punkte gucken. Das ist deutlich ausbaufähig und tatsächlich einer meiner großen Kritikpunkte, die ich ja vorhin auch schon genannt habe. Da fahren sie mit 40 Prozent gar nicht so gut. Und da ich die 40 Prozent als wichtiger erachte, komme ich insgesamt, und wenn ich in einer merkwürdigen Rechnung, die ich jetzt nicht genau aufmache, beides zusammenzähle, aber unter unterschiedlich Gewichte komme ich auf, naja, 50 Prozent. 50 Punkte, sehr schön. Ja, mich würde tatsächlich der Rechenweg interessieren, aber ich glaube, den kriegen wir jetzt hier nicht aufgedröselt. Basti, was ist deine Punktzahl, die du da geben würdest? Bei mir ist sie ein bisschen drunter, weil ich fand es allgemein merkwürdig, diese Saison, weil man nie wusste, woran ist man. Marvin hat ein paar positive Dinge angesprochen, aber die blende ich jetzt einfach mal aus, weil das Thema für mich, Kommunikation, diese Saison war tatsächlich so ein bisschen die Begleitung dieses Weges, den die Eintracht hatte. Das hat bei Moani angefangen, das fand ich merkwürdig, wie das kommuniziert wurde. Das fing bei Kommunikation zu Jugendspielern an, wo man so, keine Ahnung, so getan hat, als wenn Dino Topmel den Fußball neu erfunden hätte, weil er Nacho Ferry eingewechselt hat. Das ging weiter im Winter mit der mangelnden Kommunikation, dass diese Leute, die man da holt, überhaupt nicht fit sind, auch für den nächsten Sommer geplant sind. Also das wurde auch irgendwie nicht gut eingefangen und die PKs von Topmel haben mir komplett den Rest gegeben. Also ich lande hier bei 25. Okay. Ich wusste, dass die beiden die da kommen, den Punkteschnitt senken werden. Ja, ich hänge irgendwo so ein bisschen dazwischen. Ich sehe die, also ich kann nachvollziehen, warum Leute so angenervt sind von den, von den Pressekonferenzen. Ich persönlich sehe sie bei weitem nicht, nicht so kritisch. Ich weiß nicht, ob ich da einfach irgendwie anders zuhöre oder ob bestimmte Begriffe, die da des Häufigeren verwendet werden, mich nicht so sehr triggern. Ich bin aber ansonsten sehr bei Basti, was dieses Thema, die kommunikative Begleitung dieses ganzen Weges angeht und dann auch dem, dem zweifelhaften Aufladen, Überladen gewisser Spiele in Situationen, wo man sie selbst irgendwie reingebracht hat, ohne es vorher richtig zu erklären. Deswegen lande ich da so bei 40. Warum bin ich ja jetzt der Beste? Was soll das denn? Ich habe schon gedacht, ich wäre hart. Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Mal sehen, vielleicht ändert sich das in der anderen Kategorie wieder. Ich hätte nämlich noch eine. Und, Marvin, du musst dich wieder schlumpfen, sonst haben wir hier wieder die Rückkopplung drin, danke. Das ist die Stefan Reich Gedächtniskategorie. Ich habe mir nämlich den Titel davon bei ihm geglaubt. Die Kategorie hat den wunderbaren Titel Ich will doch nur was spüren. Und es geht um die emotionalen Momente der Saison. Also wenn ihr jetzt die Saison mal so reflektiert und auf so eurem, auf eurer Emotionsskala, jetzt wird es hier irgendwie sehr theatralisch, ausbreitet, wie viele Punkte würdet ihr denn da geben? Ich glaube, das ist, da gehen wir jetzt in die tiefen Nummern rein. Basti. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Das liegt vielleicht auch an mir selbst, vielleicht bin ich selber so ein bisschen in so einer Eintracht-Kater-Stimmung. Aber ehrlich gesagt zehn Punkte. Okay. Ich hatte schon die Null getippt, aber dann warst du doch noch. Diese Saison habe ich wirklich sehr wenig gefühlt. Also positiv, positive Emotionalität. Ich erinnere mich an sehr viele Rückfahrten oder Rückflüge von irgendwo mit hängendem Gesicht oder ja, so ein bisschen stumpf. Ich glaube, Emotion in so einem Fußballkontext muss ja nicht immer positiv sein, aber sie kann ja auch irgendwie, ja, Ärger sein, irgendwie Wut oder irgendwas, aber es ist ja schon irgendwie noch so, das wo man sagt, von wegen, man ist halt jetzt wütend, weil man gesagt hat, von wegen, ey, wir waren eigentlich so gut und am Ende gibt es dann irgendwie, weiß ich nicht, die blöde Schiedsrichterentscheidung oder irgendwas. Das sind ja trotzdem Emotionen, die wir gewohnt sind, die zu diesem Thema dazugehören, die würden es jetzt auch irgendwie positiver machen am Ende des Tages. In Europa habe ich nichts gefühlt, in DFB-Pokal war ich wütend und in der Bundesliga situativ. Und ich habe es bei mir gemerkt, so diese Spiele, die aufgeladen wurden gegen Hoffenheim und Augsburg, wo halt wirklich auch so eine Emotionalität im Stadion war, die kam zu 100% nicht bei mir an. Ich war dann noch so, keine Ahnung, wir gewinnen hier gerade 3-1 gegen Augsburg, ich kann jetzt nichts so tun, als hätte die Eintracht hier Gott weiß was gemacht. Ich habe es halt einfach bei mir bemerkt, ich gebe ja hier die Punkte, ich muss ja jetzt keine neutralen Punkte vergeben, sondern bei mir sind es tatsächlich nur 10 Punkte. Okay. Marvin? Ja, es ist brutal, weil du hast ja schön beschrieben, Gefühle und Emotionen müssen ja nicht nur positiv sein, die können aber aus unterschiedlichen Sachverhalten begründet sein. Für mich ist es tatsächlich immer wirklich eine Emotionalität, dass ich on fire bin. Während eines Spiels kann ich auch sauer sein, kann auch sagen, ach dieser, keine Ahnung, da hat der uns schon wieder drei eingeschenkt und keine Ahnung, die Eintracht hat aber ein gutes Spiel gemacht und irgendwie ist dann ärgerlich oder so. Es gibt verschiedene Situationen und ich muss sagen, dass die Eintracht mich halt erschreckend oft irgendwo auch enttäuscht hat und dann bis hin zu diesem englischen Gefühl Nump, also dieses, ja, Taub gemacht hat und diese Taubheit hat sich wirklich lange durchgetrieben und war dann erst zwischenzeitlich mal wieder nach Augsburg da, wo ich so ein bisschen aber auch das wollte, sowieso erzwingen wollte. Du wolltest jetzt das Gutes wie ein Weihnachtsfest, bei dem sich die Eltern vorher gestritten haben und eigentlich ist alles scheiße und die Eltern haben sich gestritten und du hast dann irgendwie Partei ergriffen und hast dann gesagt, jetzt ist aber gut, jetzt seid mal ruhig, wir haben Weihnachten hier und dann musst du dieses Weihnachtsfest feiern, aber keiner hat Bock und keiner will irgendwie gerade und so hat sich am Ende diese Saison irgendwie angefühlt so und dementsprechend muss ich auch sagen, tja, also ich habe glaube ich selten in der Saison so wenig gefühlt, ich würde auch bei 20%, ich würde bei 20% landen tatsächlich. Ja, das war auch die Zahl, die ich da im Kopf hatte bei dem Thema. Ja, wir sind halt einfach als Eintracht Frankfurt gerade in den letzten Jahren sehr viel Emotionen gewöhnt und ja, so eine Umbruchssaison hat vielleicht auch weniger Highlights und glücklicherweise hatte sie jetzt auch weniger Lowlights, sondern halt einfach viele, ja, ist halt so, Momente, aber es ist halt einfach nicht das, was einen dann irgendwie, irgendwie da mitnimmt. Also sehr oft war es halt so, man hat sich halt die Spiele angeguckt, aber es war halt so, wie du es richtig beschrieben hast, Marvin, man muss das jetzt halt einfach machen oder man macht es halt aus der Gewohnheit raus, aber so richtig Bock hat man halt nicht und auch wenn man dann kurz danach irgendwie überlegt, so was ist denn jetzt von dem Spiel irgendwie hängen geblieben, dann gab es halt sehr wenig, was einem direkt da in Erinnerung geblieben ist. Ja, und das ist halt auch so, das ist, ja genau, also es ist hängen, es bleibt gar nichts hängen tatsächlich und ich will auch noch mal ganz kurz einen Punkt einwerfen, weil ich habe das schon mal gemerkt, dass uns dann eine Erfolgsverwöhntheit vorgeworfen wird. Ich will noch mal ganz klar sagen, das ist Bullshit, das hat damit gar nichts zu tun, weil jeder von uns auch schon in Zweitliga-Zeiten unterwegs war, aber trotzdem war das Gefühl bei einem Spiel in Aue, ja, bei einem Spiel aber auch gegen Düsseldorf, in Düsseldorf, wo du dann irgendwie doch verloren hast, also ganz viele weirde Spiele haben einem trotzdem mehr gegeben, weil du ein gemeinsames Ziel hattest. Du hattest das, und das ist, ich glaube, tatsächlich beschreibt es ganz gut. Du hast als verbindendes Glied zwischen, ja, eigentlich als Fan und Mannschaft irgendwie ein gemeinsames Ziel. Und diese Zielrichtung, die dich durch die Saison trägt, die war nicht da, weil die irgendwie merkwürdig kommuniziert wurde und niemand genau wusste, wo die Reise hingeht. Und dadurch, dass das Ziel gefehlt hat und dann dementsprechend auch die wirklich treibenden Ergebnisse ausgeblieben sind, war das so eine emotionslose Saison. Und es ging sehr, sehr vielen so, das will ich auch nochmal sagen. Ich habe sehr, sehr viel Wechsel, sehr, sehr viel Durchmischung in den Blogs gesehen, dass selten die gleichen Leute gleich gesessen haben. Natürlich gibt es einen harten Kern, logischerweise, Nordwestkurve, aber an anderen hast du viele Leute gesehen, da war mal der da, da war mal der da. Es wird immer voll, das ist immer ausverkauft, das ist gar kein Thema. Aber so diesen kontinuierlichen Spirit zu sagen, okay, scheiße, Alter, in zwei Wochen geht es rund, da, oder in einer Woche geht es weiter, da müssen wir diese drei Punkte holen. Und wie kriegen wir das hin? Das war nicht da. Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Du hast es ja schon angesprochen mit diesem, man hat ja teilweise probiert, das zu erzwingen auch, weil man, es ist ja auch ein wichtiger Teil von einem, so Eintracht, Pam, Pam. Und ja, so, das hat uns ja auch so ein bisschen durch die letzten Jahre getragen. Das hat irgendwie diese Saison gefehlt. da waren, man war auch immer geduldig, ich habe es ja schon vorhin angesprochen, so, es gab ja niemals großartig Pfiffe oder so ein Kram. Und selbst als wir in Stuttgart auf die Fresse bekommen haben, haben die Fans gefeiert. Also die Fans waren ja da, also die Eintracht kann sich ja nicht beschweren, dass es hier unruhig war im Stadion, außer einzelne Pfiffe mal. Aber irgendwie, wenn man an die Saison denkt, hast du jetzt nicht so diese eine Geschichte, wo man sagt, ey, wo wir da waren, war es richtig geil. Also irgendwie fehlt diese Saison auch wirklich diese Story und ich glaube auch, dass das an der Bundesliga liegt, in der die Eintracht gespielt hat, dass die mit den Vereinen zum Beispiel oben gar nichts zu tun hatte. Also nichts, manchmal kratzt man ja irgendwie da dran und dann hat man irgendwie die Chance noch ranzukommen, wenn man jetzt irgendwo in Leipzig gewinnt oder gegen Dortmund oder so. Also du hattest ja trotzdem irgendwie Tuchfühlung zu diesen Vereinen immer. Das war diese Saison ja gar nicht, die waren ja einfach komplett weg. Und gleichzeitig hast du halt mit den Leuten, mit denen du dich da gebettelt hast, halt auch viele langweilige Vereine. Ja, und du hattest aber doch auch eigentlich mit den Vereinen, mit denen du dich gebettelt hast, auch wenig zu tun. Also es ist ja richtig, was du sagst. Du hattest so die Top 4, die sich dann irgendwie sehr punktetechnisch vollgefressen haben und abgesetzt haben. Fünf sogar. Oder fünf. Und dann hattest du aber auch den Fall, dass du jetzt ja auch nicht so irgendwie hattest so, dann waren wir mal irgendwie Sechster und dann sind wir irgendwie auf den Achten und dann sind wir wieder auf den Siebten und wieder auf den Sechsten und wieder runter. Sondern du hast halt einfach wie die fettgefressene Ente ab dem 15. Spieltag auf diesem Feld gesessen und hast dich nicht bewegt. Und die anderen haben sich auch nicht bewegt. Ja, das gehört ja dazu. Das gehört ja auch, genau das gehört dazu. Hättest du dich jetzt mit irgendeiner Mannschaft, die auf heroische Art und Weise auch um den sechsten Platz sich kabbelt, irgendwie so einen Showdown gehabt am 28. Spieltag und dann hättest du den gewonnen oder sonst irgendwas. Das hast du ja so ein bisschen mit Augsburg gehabt, aber das war es auch. Ja, aber auch nur kurz, die haben irgendwie mal angedeutet und dann haben sie auch entschieden, wir gehen wieder weg. Ja, also so ein bisschen leidet die, ganz ehrlich, das merkt man halt auch trotzdem, so ein bisschen leidet die Eintracht halt auch unter der Bundesliga, ganz im Ernst. Da sind halt auch viele Kackvereine drin und dann spielst du halt auch gegen die und wenn du dann gegen die auch noch nicht mal gewinnst, dann ist glaube ich klar, dass so eine gewisse Unzufriedenheit da drin ist. Also was auch so ein bisschen zur Saison gehört, ist, dass da trotzdem unter anderen Konstellationen mehr drin gewesen wäre und das ist auch wieder ein Teil der Kommunikation, dass immer so getan wurde, als wäre das, was da gemacht wurde, alternativlos und das finde ich halt nicht, weil so eine Saison, wie du sie jetzt gespielt hast, kannst du auch mit weniger Geldeinsatz spielen, mit einer jungen Mannschaft, wo man wirklich mehr Emotionalität, glaube ich, drin hätte. Darf man nicht vergessen. Die Eintracht tut immer so, als wenn wir hier in der jungen Mannschaft dabei zusehen, wie sie sich einspielen. Nein, nein, da ist ein Skiri, der verdient fettes Geld, da ist ein Robin Koch, der verdient gut Geld, da ist ein Mario Götze, der gut Geld verdient, also da sind Spieler drin, wo die Eintracht halt auch in den Top 5, was die Gehälter betrifft, landet. Das darf man bei der Beurteilung auch nicht vergessen. Wir reden hier nicht über eine Mannschaft, die junge Spieler hat und wir zahlen die neun meisten Gehälter und wir sind jetzt sensationell auf Platz 6 gelandet, sondern die Eintracht ist da gelandet, wo sie auch ihre Gehälter bezahlt und das auch mit viel Glück. Also die Eintracht musste aufpassen, dass sie sich auch nicht kleiner macht, als sie ist, sondern die Eintracht hat mittlerweile selber von ihrem Geldmitteleinsatz und von dem, was sie sich in der Vergangenheit gearbeitet hat, den Anspruch da zu landen, wo sie gelandet ist und dass sie da gelandet ist, liegt mit Sicherheit nicht nur an ihr, sondern was sie gesagt hat, Freiburg ist eingebrochen und am Ende ist Heidenheim in der Conference League gelandet. Also ja, ich glaube, das sagt viel auch über diese Bundesliga-Saison aus, die, auch wenn Leverkusen das ungern hören wird, glaube ich, nicht vielen Leuten im Gedächtnis bleiben wird. Die Saison ist einfach, ja. Und da will ich nochmal rein, ich finde es ein gutes und wichtiges, dass du das angesprochen hast, weil am Ende vergessen wir das und tun dann so, als wäre das jetzt hier mega alles in der Bundesliga und das ist es halt trotzdem nicht. Denn du hast einen effektiven, ähm, ja, wie soll ich sagen, also weniger Lustgewinn dadurch, dass es weniger gute Mannschaften, geile Mannschaften gibt. Das kann man nicht reproduzieren, das ist auch Bullshit. Heidenheim ist mir schnurzpiepe, scheißegal, das juckt mich auch nicht. Ja, einmal dort gewesen ist ganz nett, aber who gives a fuck. Augsburg interessiert mich auch nach ewig langer Bundesliga-Zeit einfach nicht, weil es ein langweiliger Schwachsinnsverein ist. Keine Ahnung. Was soll das? Ja, also das ist nicht interessant. Da passiert auch nichts. Also ich meine, ich lasse gerne mit mir über Mainz reden. Ich finde Mainz mega, tatsächlich schon wirklich als einen der spannenderen Vereine in der Bundesliga und das bedeutet dann schon was. Also wenn ich mir, wenn ich selber schon was herbeikonstruiere, dass Mainz jetzt irgendwie schon spannend ist, aber dann ist halt Hoffenheim, jo, mit denen haben wir mal uns gebettelt, aber das einzige Ärgernis, was ich mit Hoffenheim Dauer verbinde, ist, dass wir die nicht in die 2. Liga geschossen haben letztes Jahr, damals noch unter Glasner. Ansonsten sind so viele Vereine, die mir nichts geben und da bin ich nicht der Einzige und dann kannst du auch nichts mehr künstlich aufbauen. Das ist nämlich genau der Punkt. In diesen merkwürdigen Spielen, ja, irgendwie um Platz 6, es geht nicht um nicht wirklich viel, so Saison 20. bis 25. Spieltag oder so, da hast du aber dann die besonderen Partien, wenn du dann am 20. Spieltag ja dann plötzlich gegen den HSV spielst oder gegen eigentlich schlechte Schalke, die jetzt Christian Kroos verpflichtet haben, der kaum noch seinen eigenen Namen weiß, aber irgendwie ist es trotzdem das wesentlich geilere Spiel, weil du dich auch drüber lustig machen kannst und am Ende verlierst du und bist sauer, aber du hasst irgendwas und du kennst auch Fans. Und das ist übrigens auch ein Punkt, liebe Leute. Ich kenne keinen Hoffenheim-Fan. Ich kenne auch keinen Heidenheim-Fan. Das ist nicht, weil ich mich in einem, ja, wie soll ich sagen, weil ich mich irgendwie in einem Kokon bewege, sondern es gibt fucking einfach wenig Fans davon. Warum auch? Niemand muss Fan davon sein. Und es gibt auch kaum Augsburg-Fans außerhalb der eigenen Städte. Warum? Weil die eine Strahlkraft haben wie eine vergammelte Kartoffel. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich keine Reibung habe und nur Reibung erzeugt halt Hits. Und wenn ich das nicht habe, dann ist halt eine Saison auch im Gleichstrom. Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn wir überlegen, mit wem haben wir uns denn hier gestritten um diesen sechsten Platz, dann reden wir über Hoffenheim, Heidenheim, Bremen, Freiburg und Augsburg. Und Wolfsburg ist da noch dahinter. Das ist halt auch deswegen. Also wie Marvin sagt, wenn jetzt der HSV uns auf den Fersen gewesen wäre und wir spielen zu Hause gegen den HSV um den Europapokal. Ganz anderer Vibe, als wenn du da Augsburger stehen hast, wo die Eintracht dir dann erzählen will, ja, das ist jetzt das Spiel der Saison. Und du denkst dir so, ja, vielen Dank. Da kann die Eintracht auch nichts für. Aber es gehört halt auch mit zur Gesamtbetrachtung dazu, wenn man vielleicht sagt, okay, warum ist es nicht so emotional? Und der letzte Faktor, den ich habe, was die Emotionalität betrifft, habe ich vorhin schon angerissen. Hier sind halt komplett die Pokalwettbewerbe weggebrochen, was Emotionalität betrifft. So komplett. Es gab nicht ein einziges Highlight außerhalb der Bundesliga. Und ja, es gehört halt dazu. Und das hat auch nichts mit der Volksverwirrtheit zu tun, sondern du hattest immer mal, selbst in grauesten Phasen irgendwie, Storys. Und diese Saison hast du, du hast diese Saison keine Story einfach. Im Endeffekt ist Fußball auch Unterhaltung. Und dieses Jahr war es halt einfach Business. Am Ende hast du es gut gelöst. Aber es ist niemand nach dem Leipzig-Spiel komplett schreiend aus dem Stadion gerannt und dann lag man sich irgendwie stundenlang in den Armen. Sondern es war halt so, ja. Und die Einzelspieler-Erzählung ist halt auch noch nicht in dieser Gänze die ganze Zeit da gewesen. Die war in der Hinserie ein bisschen da, weil du dann halt Oma Mamouche fattest, mit dem du dann irgendwie vollkommen den Halbtraum gefahren bist, vollkommen zurecht. Aber viele andere fehlen dir ja dann auch, weil es halt eine mittelmäßige Saison dann auch am Ende war. Am Ende können wir uns jetzt auch schon wieder in die Hände klatschen und können sagen, geil, eke, teke, das wird was. Da haben wir Bock drauf. Das ist eine Zählung, die tragen wir weiter. Aber bei vielen anderen, die hatten dann auch einen Einbruch. Es war ja auch für die Spieler eine schwierige Saison. Und dann ist halt auch diese Einzelmomente, diese kleinen Erfolgserlebnisse waren halt einfach schwieriger. Und ich denke, das ist das Gesamtkonstrukt, weswegen das schwieriger macht. Und ich muss auch sagen, ich habe viele Freunde, die jetzt irgendwie Hannover-Fans sind, jetzt als schlechtes Beispiel, aber die haben jahrelang diese so grotesken Not-Emotions-Fußball erlebt. Ja, aber allein dadurch, dass die mittlerweile so eine geile zweite Liga haben, kommt da auch jetzt mal was hoch. Und bei uns ist es jetzt ehrlich so, ja, wir sind schon alle froh, dass wenigstens Bochum in der Liga geblieben ist, weil da spüren wir ja auch noch was. Ja, es ist schon alles irgendwie so ein bisschen nervig. Ja, gleichzeitig muss man aufpassen, dass man sich auch nicht zu sehr negativ redet, weil am Ende haben auch schon Entwicklungen stattgefunden, gerade spieltaktische Natur, die du halt in Sequenzen trotzdem siehst. Also wenn die Eintracht den Ball hat diese Saison, bin ich ruhiger als in den vergangenen Tagen, wo es halt ein bisschen wilder alles war, wo du dachtest, okay, die Eintracht lässt sich sehr schnell auch aus der Ruhe bringen. Das ist diese Saison auch nicht immer passiert. Die Eintracht hat viele Rückstände aufgeholt in teilweise zu großen Ruhe, so wo du dachtest, Alter, go, wenn ihr jetzt nochmal irgendwie ein bisschen was macht, dann geht das Stadion doch ab. Ja, also das ist trotzdem alt, auch wenn es als Fan vielleicht manchmal nervig ist, aber so ein bisschen, hat die Eintracht auch so eine gewisse Kontrolle entwickelt, die sie vorher nicht hatte. Das gehört auch zur Wahrheit. Also Top-Miller hat es geschafft, dass die Eintracht ballsicherer wird an gewissen Stellen, auch wenn noch nicht alles ineinander greift. Ja, am Ende haben wir es jetzt ja auch 80 Mal gesagt, es bleibt schwierig, es ist ja gut jetzt. Genau. Es ist jetzt gut, jetzt ist wahrscheinlich der Hinweis drauf, dass wir uns jetzt nochmal die Gesamtbewertung uns angucken. Also über alle vier Kategorien hinweg hat Marvin dann im Schnitt 51 Punkte vergeben und ist damit tatsächlich der Spitzenreiter oder der am positiv gestimmtesten hier. Ich nehme Patrizia erstmal so ein Stück weit raus, weil sie ja nur zwei Kategorien mitgemacht hat. Dann komme ich mit 47,5 Punkten und Basti gibt noch solide 41. Wenn wir das über alle ziehen, dann geben wir der Eintracht einen Punkteschnitt für diese Saison von 46,6 Punkten. Das fühlt sich fast schon wieder unfairen. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Das fühlt sich fast schon wieder unfairen, aber gut, das ist halt demjenigen geschuldet, der die Kategorien hier so ausgesucht hat und gewichtet hat. Ja, diktatorisch festgelegt hat, wollte ich sagen. Weil am Ende kann man ja auch nochmal von der Gewichtung her sagen, wie wichtig ist Emotionalität eigentlich im Vergleich zu dem und dem, aber egal. Ja, es ist... Es ist, was es ist, tatsächlich. Und es ist ja auch jedem unbenommen, die Saison für immer in seinem Herzen zu behalten und zu sagen, geil, 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 ich habe Bock. Also es ist auch okay. Ich glaube, das gehört auch zum Learning aus der Saison dazu, dass Eintracht-Fans auch wieder lernen müssen, ja, mein Gott, der eine sieht so, der andere sieht so. Ich habe schon diese Saison auch ein bisschen das Gefühl gehabt, Marvin und ich kam es ja bei Fußball 2000 auch oft gespiegelt bekommen. Da gibt es schon auch viel Spaltung in den Diskussionen, die sehr, sehr nervig ist. Also wir haben immer probiert, irgendwie alles so abzuleuchten. Dann wurden wir irgendwann mal Depri-Fußball 2000 genannt, weil wir alles schlecht reden würden. Und von der anderen Seite wurden wir quasi als Systempresse beschimpft, die dem Trainer wohlgesonnen ist. Also sehr merkwürdige Gemengelage halt auch in der gesamten Eintracht-Familie, was das betrifft. Ja, vielleicht ist das... Nicht so leicht auszuhalten, in dieser Unsicherheit. Ja, vielleicht ist das die Haupthausaufgabe, die wir uns alle irgendwie vornehmen müssen, an der wir über die jetzt etwas längere Sommerpause wegen ERM sprechen oder arbeiten müssen, dass wir wieder zu einem etwas anderen Diskurs kommen und akzeptieren, dass Leute andere Meinungen haben. Ja, doch, gut an den Spirit. Weil ganz ehrlich, Digga, wenn du jetzt da draußen sitzt und Topmüller ablehnst und sagst, er soll unbedingt weg, ist trotzdem für dich, glaube ich, besser, wenn die Eintracht nicht sehr erfolgreich ist, als statt, dass du recht hast. Von mir aus kann Topmüller 80 Mal sich grinsend vor mich stellen und sagen, ich habe sie doch bewiesen, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich glaube, das muss auch mal wieder ins Bewusstsein rein. Egal, was für eine Meinung man zum einzelnen Spieler hat, zum einzelnen Trainer, zu einem Manager, zu allen möglichen. Am Ende ist am wichtigsten, dass die Eintracht in der Familie bleibt und dass die Eintracht gewinnt. Und ob man dann immer recht hat oder nicht, ist doch völlig Wurst. Also von daher glaube ich, dass das am wichtigsten ist. Und wenn der eine sagt, ich will den Glasner wieder, der andere sagt, du überhörst aber den Glasner, ist doch egal. Am Ende wollen wir alle das Gleiche. Dass die Eintracht gewinnt. Auf welchem Weg das dann passiert, da können ja die Meinungen auseinander gehen. Aber so ein bisschen muss da, glaube ich, wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Smile reinigst. Freunde. Bissi-Leichtigkeit ist auf jeden Fall gut, sehe ich ganz genauso. Finde es tatsächlich auch mega spannend, was du eben nochmal illustriert hast, die unterschiedlichen Gefühle zu sagen, was aber vollkommen okay ist. Ich meine, wir vereinen das natürlich jetzt bei Fußball 2000, wo es dann auch unterschiedliche Sichtweisen gibt, was übrigens auch immer einfach dazu gehört, dass auch wir innerhalb des Teams unterschiedliche Sichtweisen haben. Das ist genauso der Kurs, der das abbilden soll. Treffen sich ja auch unterschiedliche Leute in der Kneipe und nicht immer alle Leute, die genau die gleiche Meinung haben. Sonst wäre es ja auch ein bisschen strange. Ich finde, ja, am Ende, ja, ich finde auch, dass die Punkte tatsächlich ein bisschen zu negativ sind, dafür, dass wir Sechster geworden sind. Aber wie auch in der Schule, das ist ja jetzt tatsächlich, auch wenn das eine Ganzjahresnote ist, würde ich es halt eher jetzt als Halbjahresnote frame. Und erinnert euch, in der Schule, da gab es dann im halben Jahr, nach einem halben Jahr, ein Lehrer gesagt, der gesagt hat, ich gebe dir die gute 4+, als Ansporn fürs nächste Jahr. Und so machen wir es jetzt auch, im Ansporn, dass die Eintracht genau daraus etwas zieht und dann im nächsten Jahr noch besser wird. Das waren jetzt von euch beiden so wunderschöne Schlussworte, dass ich gar nicht drumherum komme, als zu sagen, das war die Folge Nummer 553, das Eintracht Frankfurt Podcast. Wir beschließen damit diese Folge und damit auch die 15. Saison, in der wir hier über die Eintracht gesprochen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich stellvertretend für das gesamte Team bei all den Menschen bedanken, die uns auch in dieser Saison wieder so zahlreich unterstützt haben. Das hilft dazu, oder das hilft uns, dass wir hier einfach Woche für Woche über die Eintracht reden können, auch wenn es diese Saison ein bisschen anstrengender war als in der letzten Saison. Aber dann konzentrieren wir uns jetzt auf die von Marvin angesprochene bisschen mehr Leichtigkeit. Wir wünschen euch eine schöne Sommerpause, wir wünschen euch eine schöne EM und dann starten wir, wenn die Eintracht auch in die Saisonvorbereitung startet, wieder hier mit dem normalen Sendebetrieb. Es sei denn, es sollten außergewöhnliche Dinge passieren bei der EM mit Eintracht-Spielern oder an dem Trainerthema, dann melden wir uns natürlich zur VOD, aber ansonsten stellt euch darauf ein, dass wir uns jetzt auch in eine Sommerpause begeben, weil zumindestens ich brauche jetzt ein bisschen Auszeit und muss einfach mal ein bisschen durchschnaufen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch die eben angesprochene schöne Sommerpause und melden uns in der nächsten Saison in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Schönen Sommer. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.